Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Zur Begrüßung legt man in Thailand beide Hände zusammen, hält die Arme angewinkelt vor den Körper und beugt sich leicht nach vorne und sagt als Typ, Jochen. Savadi Kap. Savadi Kap, Jochen. Wenn Jochen, jetzt kein Jochen, sondern eine, ich sag mal eine Nancy wäre oder eine Hannah oder vielleicht eher eine Hannah. Heidrun. Was würde Jochen dann sagen? Soll ich? Okay, ich bin Heidrun und sag Savadi Ka. Ja, Savadi Ka ist die weibliche Form. Kann man ein bisschen drauf achten, wenn man in Thailand ist. Jetzt habt ihr auch direkt wieder was gelernt. Wir haben unseren Bildungsauftrag schon erfüllt. Savadi ist nämlich nicht eins zu eins ein Hallo. Es ist nämlich gleichzeitig auch so ein herzlich willkommen. Seid gegrüßt. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Und genau dieses Gefühl haben wir gerade. Wir sind sehr, sehr froh, dass ihr am Start seid. Denn wir sprechen heute über eins der Herzensländer von Reisen, Reisen. Und das ist das Traumland Thailand. Jochen, an was denkst du als erstes, wenn irgendjemand Thailand sagt? Ja. Oh, da passiert gerade, da passiert gerade ganz viel. Ich denke, ich denke tatsächlich vielleicht an meine, an Palmen, an Hitze, an gar nichts wegen total blauen Himmel, weil ich oft in der Regenzeit in Thailand war, an Strand, an das Meeresrauschen und dann ganz schnell an Essen und an so einen Mofa, das an mir vorbeifährt, so ein Mofed in Bangkok. Und direkt zwei Zentimeter neben dem Mofa ist so ein Essensstand. Das sind so die ersten. Und wie gesagt, die Hitze. Ja, das sind auch so meine Bilder. Für mich ist das total lustig, weil Thailand ist eins meiner ersten Länder überhaupt, die ich bereist habe in Asien. Ich war da seit Teenager-Zeiten immer wieder. Und die Zeiten sind ja lang vorbei. Seit 25 Jahren war ich immer wieder da. Und Thailand natürlich eine Ikone von Reiseland mit all seinen Vor- und Nachteilen. Teil des Landes haben sich durch den Tourismus extrem verändert. Denn die Thais, die sind nicht nur unfassbar nett und gastfreundlich und lustig, sondern die sind auch geschäftstüchtig. Die wissen, dass ihr Land für viele Menschen ein Paradies ist und was die Menschen wollen. Und das sieht man zum Beispiel, finde ich, an Koh Samui, eine der großen, bekannten, berühmten Inseln in Thailand. In den 90ern, als es erst mal da war, war das so ein Backpacker-Paradise. Heute, finde ich, ist das ein bisschen zu voll mit Luxus-Ressorts, ist so ein bisschen zu europäisch, zu amerikanisch. Aber trotzdem immer noch schön und immer auch noch eine Reise wert. Aber das Fantastische an Thailand, das Land ist groß. Es gibt immer noch so viele ursprüngliche Ecken, nachhaltige Ecken. Und das Tolle an Thailand, finde ich, ist es ursprünglich und dann auf der anderen Seite auch trotzdem sehr modern und fancy zugleich. Und das werden wir jetzt in der nächsten Stunde hier bei Reisenreisen erleben, bei Traumland Thailand. Aber bevor wir gleich in den Dschungel gehen, in den Ozean, auf dem Meeresboden, auf einer Pirateninsel und natürlich nach Bangkok, gibt es jetzt ein bisschen Werbung. Werbung hilft uns als Reisenreisenprojekt, das alles auch für euch noch ein bisschen größer, noch ein bisschen spannender zu machen für die Community. Wir wollen den Blog ja noch ein bisschen aufbauen, immer mehr bessere Social Media machen, YouTube optimieren. Wir müssen ja auch Reisen und Equipment kaufen und da helfen uns Kooperationspartner, Werbepartner und Sponsoren ja immer. Aber ihr könnt euch sicher sein, wir nehmen nicht jeden. Also im Gegenteil, uns wurde auch für viele Sachen schon viel Geld geboten, was wir abgelehnt haben. Wir nehmen nur Dinge, hinter denen wir stehen, die wir für gut befinden und finden, da gibt es für alle irgendwie einen Mehrwert. Und dafür haben wir eine tolle Agentur, Zebra Audio. Grüße auch mal an euch, ihr macht das super und ihr sucht Partner und Partnerinnen für uns, die im besten Fall einen Mehrwert bieten für uns, für euch, für alle. Danke für den Support und wenn wir in den Folgen über irgendwelche Hotels sprechen oder irgendwelche Services oder Produkte, dann sind das meistens Sachen, die wir gut finden. Dafür kriegen wir jetzt nicht speziell Werbung, beziehungsweise speziell Geld. Wenn wir Werbung machen, dann kennzeichnen wir das oder wenn uns irgendjemand unterstützt, dann sagen wir das oder tun es in die Captions rein oder erwähnen das auf dem Blog. Also wir stehen da für Transparenz, sind aber auch sehr, sehr dankbar für unsere Sponsoren und Werbepartner und einer davon kommt jetzt. So, danke Jochen, danke die Chefin und jetzt geht's rein in eins unserer Traumländer überhaupt. Jochen und ich waren oft da und wir haben gedacht, in dieser Zeit, wo man natürlich viel Fernweh hat, aber auch so ein bisschen die Hoffnung so langsam loslegt im Frühjahr 2021, dass man irgendwann wieder weit weg kann, an den Strand, ans Meer, in den Dschungel, haben wir gedacht, wir suchen uns Thailand aus und reden über Thailand, schwelgen über Thailand und haben für euch nochmal vielleicht ganz besondere Tipps für Thailand. Wir haben ja schon ein paar Folgen zu Thailand gemacht, hört ihr auch gerne nochmal an, es wiederholt sich wahrscheinlich nur wenig. Wenn sich was wiederholt, ist es wahrscheinlich die große Liebe für dieses Land, für die Menschen da, für die Natur da und diese unzähligen Möglichkeiten, dort zu reisen und die Welt zu erleben, zu essen und ja, ich weiß gar nicht, was ich so sagen soll, weil es ist so vielfältig, dieses Thailand. Es ist vor allen Dingen das Land, das, wie du schon sagtest, am Anfang, glaube ich, also dieses Land, in dem man anfangen kann, groß zu reisen. Es ist für mich auch eins meiner Einsteigerländer gewesen für große Reisen, weil es so vielfältig ist und es einem relativ leicht macht und fürchterlich liebenswürdig ist und viel der Sachen so beinhaltet, die man sich unter einer großen, spektakulären Reise in ferne Weiten halt so vorstellt. Also sei es das Grün des Dschungels, das Blaue des Meeres, das Gelb des Strandes und was auch noch alles. Und deshalb haben wir halt einfach überlegt oder beziehungsweise ja doch, wir haben es uns so überlegt, Michael, dass wir halt sagen, wir suchen uns ein paar Situationen raus, die für uns absolut beispielhaft sind für dieses Land, die einfach letztlich dieses Land aber in Gänze nochmal erklären. Also jeder wird sozusagen auf seine Kosten kommen und wird aber, wir werden an ganz spezifischen Situationen, die wir erlebt haben, werden wir versuchen, die Faszination dieses Landes einzufangen. Das Schöne ist ja, du hast ja eben gesagt, es ist ein tolles Einsteiger-Anfängerland. Die Thais und dieses Land machen es einem sehr, sehr einfach. Also natürlich ist es, wenn man irgendwie aus Deutschland kommt oder aus Europa kommt, zum ersten Mal da, ist es natürlich so ein kleiner Kulturschock, weil du bist in Asien, bist in einem ganz wimmeligen, teilweise lauten, dann wieder leisen Land. Also es ist schon vieles anders als zu Hause, aber die Menschen da und dass die Menschen schon so erfahren sind mit Touristen, weil schon immer da Leute gerne hinkommen, weil die Geschichten und die Reportagen und die Berichte über Thailand immer so was ganz Besonderes sind, also sowas Paradiesisches haben. Deshalb sind die Leute gewohnt, die zum ersten Mal im Land sind. Und diese Gastfreundschaft, dieses Lächeln, dieses Offene, das steht ja auch einfach für Thailand. Und es ist nicht nur ein Klischee. Ja, und das erste Gefühl ist, glaube ich, für alle, die aus dem Flieger kommen oder später aus dem Flughafen, diese Wand, diese Wand aus Hitze, diese feuchte Wand, die meistens auch ein bisschen feucht ist, weil es oft da, also mindestens zur Regenzeit einfach auch relativ hohe Luftfeuchtigkeit ist, aber vor allem diese Hitze, in die man reingeht. So bumm, so ups, das kenne ich nicht. Was ist das? Eine Wand aus Hitze. Aber ich fange jetzt mit einem ganz anderen Moment an. Michi, ich fange jetzt einfach mal an. Ich habe einen Moment für dich mitgebracht, der für mich Thailand, eine Seite von Thailand zusammenfasst. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Also, ich sitze. Das ist jetzt mal die erste Information. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, Jochen. Du sitzt ja sehr gerne. Ja. Du sitzt ja sehr gerne rum. Ja, genau. Ich sitze allerdings nicht auf dem Stuhl oder so. Ich sitze auf dem Meeresboden. Was? Genau. Und das ist für mich eine Situation, die ich nie vergessen werde. Ich sitze auf dem Meeresboden auf einer kleinen Sandbank unter Wasser im Meer zwischen hügeligen Felsen, also unter Wasserfelsen. Und diese Sandbank ist wie so eine kleine Lichtung. Feinster weißer Sand, weiß ich noch ganz genau. Zwischen diesen Unterwasserfelsen, von denen ich gerade sprach, an denen halt so Korallen wachsen. Also halt so kleine Korallen, kleine Pflanzen, schön bunt und so. Und da wohnen diese kleinen, bunten Korallenfische, an die man jetzt gerade so denkt. Seien es so blaue, so ein bisschen Aquarium-mäßig. So irgendwie blaue kleine. So Nemo? Nemo wohnt da auch. Nemo wohnt da auch, klar. Der orangene, weiß gestreifte Fisch. Der Clownfisch, ja. Ja, der Clownfisch, genau. All die kleinen Leben da an diesen Unterwasserfelsen um mich rum, die aber schon so ein paar Meter weg sind, weil diese Lichtung, sage ich mal, unter Wasser, ein bisschen größer ist diese Sandbank. Und es ist so dieses Treiben, dieses Treiben, was ich da so sehe, aus ein paar Meter Entfernung an diesen Felsen, ist so ein bisschen wie so ein Meereshochhaus, weißt du, wie so ein buntes Meereshochhaus. Da stimmt ein Fisch rein, da stimmt einer raus, da sind so kleine, da ist ein großer, da stimmt noch ein größerer vorbei, so ein Türkiser und so. Also dieser Traum für mich vom Schnorcheln sozusagen erweitert aufs Tauchen sozusagen. Ich tauche nämlich gerade offensichtlich, sonst wäre ich ja ein Problem, wenn ich am Meeresboden sitzen würde. So langsam würde die Luft ausgehen, ohne so eine Flasche hinten auf dem Rücken. Genau, ja. Und das Wasser scheint hellblau, also dieses klassische, fast türkisene hellblau. Und oben schimmert so an der Wasserüberfläche die Sonne in diesen kleinen Wellen, die das Meer im besten Fall an warmen Tagen, an sonnigen Tagen, an ruhigen Tagen halt so hat. Und die Sonne bricht so ein bisschen durch die flachen Wellen und strahlt so manchmal in so sichtbaren Streifen so nach unten so zu mir. Und ich sitze halt da unten auf dieser Sandbank und da herrscht so eine leichte Strömung. Es ist auch schon kühler. Das ist ja auch immer interessant beim Tauchen oder beim Stochen, wenn man so ein bisschen tiefer taucht, dass das Wasser auf einmal kühler wird. Was ja nicht überraschend ist, aber einen immer wieder so ein bisschen überrascht. Und es ist relativ ruhig. Nur eine leichte Strömung. Und wenn ich die Ruhe bewahre und jetzt gelernt habe, wie ich mich so hinsetze und mich bewege und mit meiner Taucherausrüstung ja auch relativ schwer bin, setze ich mich im Schneider, das ist auf den Boden des Meeres. Circa 10 bis 12 Meter oder was unter der Meeresoberfläche. Und um mich rum. Und es ist echt noch, also um mich rum, also etwas höher, so drei Meter über mir. Das heißt, ich kann die Felsen ja um mich rum noch sehen, aber über mir wächst ein Trichter. Und das habe ich mir nicht ausgedacht, was jetzt kommt. Ein riesiger Trichter aus tausenden silbrigen Fischen, die im Schwarm, im Kreis schwimmen. Also der Trichter sitzt genau über mir. Ich sehe halt diese Wasseroberfläche, die Meeresoberfläche oben, aber halt so um mich rum sozusagen, in so einem drei Meter Durchmesser oder so, schwimmt halt dieser Trichter aus silbernen Fischen. Und für mich absolut... Die feiern dich gerade. Ja, leider nicht. Also Plakate hatten sie nicht dabei. Jochen, Jochen. Aber sie schwimmen halt so eng aneinander, dass sie aussehen wie eine Wand. Jeder kennt das mal vielleicht aus so einem Bericht oder hat es vielleicht mal live gesehen, dass sich so Fische und Vögel manchmal so bewegen, dass niemand es versteht. Wie kommunizieren die? Ich verstehe es nicht. Und ich sitze halt wirklich... Ja, es ist ein Wunder der Natur. Ich sitze in diesem Silo, sozusagen unter diesem Silo. Und es steht genau über mir. Und dieses Loch in der Mitte, die Meeresoberfläche, kann ich, wie gesagt, sehen, auf feinstem weißem Sand. Und das ist so ein Moment, den ich nie vergessen werde, den mir Thailand beschert hat, der begonnen hat, tatsächlich, witzigerweise, auf Koh Samui, der Insel, von der du gerade sprachst. Also wir sind im... Warte mal, lass mich mal überlegen. Wir sind im Süden und im Osten, im Südosten Thailands. Also da, wo Thailand ganz schmal ist im Süden und sind ja links ganz, ganz viele Inseln. Da geht es so Richtung Phuket und so und der ganze Kram. Und rechts sind dann so drei Inseln eigentlich. Koh Samui, Koh Tao und Koh Pangan. Diese drei Inseln, richtig? Also ganz im Osten, ja. Genau, im Osten, ja. Also rechts meinst du Osten, ne? Genau, ich meine rechts natürlich. Um Reisen, 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 geografisch zu sprechen, rechts. Wenn man auf der Karte guckt. So, ist wie gesagt, wie du schon gesagt hast, nicht die unerschlossenste Insel Thailands. Aber wenn man ein bisschen was will von seinem Urlaub, ist jetzt auch schon ein bisschen her, so ein bisschen Paradies, so ein bisschen Palm und Sand und tolles Wasser, das ist alles da. Aber man kann halt da so ein bisschen Stadt noch erleben, so ein bisschen, da kann man zum Thai-Boxen gehen. Hat auch größere Restaurants, die so ein bisschen mehr, ein bisschen edler sind inzwischen, auf Touris ausgerichtet, aber sehr spektakuläre Gerichte haben. Aber auch sehr einfache Restaurants. Und da war ich tatsächlich damals und hatte mich halt entschlossen, so einen Introductory Dive zu machen. Heißt was? Genau, Introductory Dive heißt, dass du so einen Einführungstauchgang machen kannst, was mir sehr lange nicht klar war. Also das heißt letztlich, dass du, obwohl du keinen Tauchschein hast, kriegst du eine kurze Einführung morgens in der Tauchschule. Ich kann das nur jedem Menschen empfehlen, der das kennenlernt. So ein Schnupperkurs. Genau, ein Schnupperkurs, bei dem du aber verdammt viel darfst. Also ich habe das schon zwei, drei Mal gemacht in meinem Leben, weil, ganz ehrlich, weil ich ganz früh, als ich gereist bin, nicht die Kohle hatte für einen Tauchkurs. Ganz einfach. Das war nicht drin im Budget. Same, same hatte ich auch nie. Genau, und als es dann gehen würde, unter einer gewissen Anstrengung, habe ich dann mich gefragt, wann werde ich wieder tauchen? Also wie oft werde ich die Chance haben, um dann auch wirklich ernsthaft das zu betreiben und dann auch sicher zu sein unter Wasser? Und so war ich immer in der Situation, dass ich gerne tauchen wollte, aber nie das komplett zu Ende bringen konnte oder wollte dann auch letztlich. Und dieser Introductory, da bist du zum einen zum Kennenlernen, aber zum anderen auch für Leute, die es halt so ab und zu mal so ein bisschen erleben wollen. Super, weil du halt diese kurze Einführung kriegst und dann halt rausfährst schon und dann mit einem Guide tauchst, der einfach bei dir ist, aber du tauchst selbst und gehst wirklich bis, lass mich jetzt lügen, ich glaube, es war zwei Schicht, ich glaube, es waren so 10, 12 Meter. Wie gesagt, das, was ich da hatte, war dieses Maximum. Und dieser Guide, dieser Tauchguide, hat mich halt auch an diese Stelle geführt. Und ja, also es war wundervoll und es war für mich unerwartet, weil ich den Urlaub begann, ohne überhaupt darüber nachzudenken, dass ich so tief ins Wasser reinkomme. Und ich habe immer gern geschnorchelt. Und es war ein wunderschöner, abenteuerlicher Tag. Also wie gesagt, am Abend vorher in Kursamuja entschlossen, dann morgens ganz früh stehst du auf, irgendwie fährst du mit dem Boot rüber zu dieser Stelle, fährst halt so vom Strand weg, siehst, wie die Sonne aufgeht, alles noch so ein bisschen in Orange, ein bisschen neblig über den Palmen so. Das Wasser spritzt hier so ein bisschen ins Gesicht vom Bug des Bootes, das auch nicht sonderlich groß ist oder so. Machst dich fertig. Wahnsinnig schweres Geschirr auf dem Rücken, lässt dich ins Wasser fallen. Bist total unsicher, aber die wird relativ schnell genommen, die Unsicherheit von diesem Guide. Und kannst auf einmal unter Wasser atmen. Das ist ja das Prinzip. Und es eröffnet sich diese vielbesagte neue Welt, denn die ist es. Die Unterwasserwelt, es ist so, oder? Ja, ich finde auch, also ich habe das mit dem Tauchen auch immer ausprobiert. Ich bin ja nie warm geworden. Irgendwie hatte ich so im Hinterkopf auch immer, das ist auch so eine, zwar eine sehr schöne Welt, aber vielleicht gehören wir zweibeiner ohne Flossen da auch nicht hin. Ich hatte leider, ich hatte auch so einen Schnupperkurs vor 700 Jahren irgendwie in Malaysia und das war jetzt nicht so romantisch wie bei dir. Ich hatte nämlich irgendwie so ein bisschen Schiss bekommen, weil mein Guide hat mir irgendwie auch so eine, der hat es gut gemeint, wir sind auch dann so ein bisschen runter und hat mir so eine Vergrößerungstauchbrille aufgezogen, dass ich alles noch ein bisschen besser sehe. Alter, okay. Ich hatte quasi so eine Lupe vor den Augen irgendwie und das war am Anfang ja ganz cool. Ich war auch ein bisschen so ein bisschen unsicher mit der Luft. Und ich bekam das irgendwie hin, bis ich halt die Begegnung, ich hatte jetzt nicht Nemo wie du, sondern mein erster Fisch war halt ein Hai. Alter, auf der Vergrößerungsbrille. Auf der Vergrößerungsbrille. Es war ein völlig harmloser, so ein Sandhai oder so, der nix macht. Aber wenn du so, du bist aufgeregt, dein Herz blubbert, weißt du, du gehst da runter und du hast auf einmal diesen Druck auf den Ohren. Das war für mich eh schon seltsam, dass man, man hört ja irgendwie so einen Summen. Es gibt ja schon, das ist ja nicht, man ist ja nicht ganz taub unter Wasser, es ist ja einfach so ein Summen. Und dann gewöhne ich mich da dran und finde es auch, in dem Moment, wo ich es versucht habe, geil zu finden, kommt halt dieses Tier um die Ecke und ich habe mich so dermaßen erschrocken. Und was passiert, wenn man halt da nicht erfahren ist und sich erschrickt? Man verschluckt sich dann halt und dann wollte ich halt nach oben, ich bin viel zu schnell nach oben und da hatte irgendwie diese Vergrößerungsbrille auf und das war halt auch so, keine Ahnung, wie auf dem Trip irgendwie, als hätte sie irgendein falsches Medikament eingenommen. Und ja, das war meine erste Taucherfahrung. Ich hatte das ja auch noch mal probiert, aber ich wurde ja nie so warm nach diesem ersten Mal. Deshalb, ich bin auch so Schnorchler, ich finde das da unten super, aber mit Abstand. Deshalb, ich bin ein bisschen neidisch auf deine Erfahrung mit dem Trichter, weil diese Schwarm-Erfahrung hatte ich nicht. Mir hat es dieses blöde Fieder irgendwie so ein bisschen versaut. Aber es ist natürlich eine magische Welt. Ich gucke so Dokus immer total gerne im Fernsehen und der Golf von Thailand, das weiß ich von Leuten, die ich da immer wieder getroffen habe, die getaucht haben. Also rund um Thailand, die verschiedenen Meere, die Korallenriffe dann weiter draußen, die noch in Kontakt sind. Und viele sind ja auch nicht mehr intakt so in Strandnähe. Aber es sind natürlich Taucherparadiese. Aber für mich persönlich war es immer so eine fremde Welt, wo ich nie so ganz sicher war bis heute, ob wir da wirklich hingehören. Das ist ja, das war eigentlich mein Job, ne? Was denn? Das Scheitern? Nein, genau, dieses so, oh Gott, ein Hai und dann so zappeln und dann zu schnell nach oben und alle so, oh no. Das ist doch eigentlich mein Job. Das machst du da. Das ist so meine Aufgabe. Ja, aber ich hatte so Situationen auch in meinem Leben. Die kamen seltener vor als bei dir. Aber das war auch, es ist nach wie vor, es ist ja so eine prägende Situation. Es ist wie im Film, als wäre es gar nicht real, als wäre ich das gar nicht gewesen. Das ist wie so, keine Ahnung, so ein Unterwasser. Es ging alles so schnell und keine Ahnung, bis da oben reißt dir dieses Ding aus dem Maul und nach Luft und so. also vielleicht schmücke ich es irgendwann nochmal aus und bring es auf 80 Seiten unter. Da kann ich toben. Ich erfinde noch einen Todeskampf dazu. So schlimm war es nicht, aber es war in dem Moment höllisch unangenehm. Ich bin halt einfach, keine Ahnung, erschrocken wie noch nie in meinem Leben. Du hast so eine Vergrößerungsbrille. Alter, was sollte das alles? Ja, das verstehe ich jetzt auch nicht. Mir fehlt ja noch so ein Monockel. Aber du hast ja, also vor allem nennst du halt nicht der Weißhai, sondern der kleine Hai oder so. Weißt du so, dass du dann irgendwie so deine Story nennst. Das war schon ein sehr gefährliches Tier. Also da war ich kurz vom Tod. Der hat mich mit einem Biss in der Mitte durchgebissen. Der war 32 Meter lang. Ja, da wäre ich also ein kleines Frühstückchen gewesen für den. Deshalb bin ich heldenhaft, sehr, sehr heldenhaft und blutend. Nein, nicht geblutet. Also aus meinen Ohren hat es geblutet. Vor Angst. Bin ich da noch entkommen? Also das war ein großes Abenteuer. Aber ich verstehe das. Also ich kann das auch. Also irgendwie so Schiss kriegen. Ich bin da jetzt auch nicht so der Durchgeher, dem alles egal ist. Also ich bin jetzt auch nicht so der Mensch, der irgendwie von jeder Clip einen Bungee-Jump macht. Am besten auch ohne Seil oder so. Das bin ich auch nicht. Und ich habe auch, also vielleicht gar nicht so schlecht, dass du das einbringst, weil ich habe auch tatsächlich, fällt mir ein, jetzt nach dieser Tauchschule noch länger gesucht. Also ich nehme jetzt nicht den Typen, der irgendwie am Wegesrand steht und ein Kasten Bier verkauft und sagte, ich mache auch Tauchschulen. Das war meiner. Das war mein Typ. Das war der Dude. Der hatte auch da eine komische Hose. Nein, das stimmt. Das ist tatsächlich dann auch, das ist dann auch nicht nur nach dem Saufen mal eben tauchen gehen, sondern ich nehme das schon ernst. Vielleicht auch zu ernst, aber das sollte man dann schon seriös angehen. Aber dann kann man auch Spaß haben. Vielleicht war es der Erstkontakt, der bei mir gut lief. Es war auf jeden Fall wundervoll. Und um das Ampel noch zu Ende zu bringen, weil das halt eine Facette von mir von Thailand ist, du fährst dann halt nach Hause und tauchen ist ja sehr anstrengend und schnorcheln ja auch, witzigerweise. Du bist ja dann auch immer völlig im Eimer. Auf eine wundervolle Art und Weise. Und ich fuhr dann halt zurück nach diesem Erlebnis, diese Hochhäuser, diese Korallenhochhäuser unter Wasser mit den vielen kleinen bunten Fischen dieser anderen Welt, die sich eröffnet, dieser Fischtrichter, der über mir halt diesen Schwarm schwamm, die wundervolle Farbe des Wassers und so. Es war einfach toll. Ich war einfach sehr glücklich. Ich hatte etwas für mich abgehakt, was ich irgendwie im Unterbewusst, glaube ich, immer mal erleben wollte. Und du fährst zurück auf demselben Boot und wieder spritzt dir das Wasser ans Gesicht und du landest dann irgendwann am Strand und gehst die letzten Meter barfuß durch natürlich viel wärmere Wasser als da, wo du warst, weil es halt das Uferwasser ist. Und dann gehst du da in ein Hotelzimmer und gehst dann irgendwie danach was essen am Strand, was in Thailand ja immer wundervoll in kleinen Restaurants noch geht und hast einen wundervollen Tag gehabt. Und ich wollte damit nur sagen, eine Facette für mich an Thailand ist einfach die Wasserwelt, die Unterwasserwelt, diese wunderschöne, bunte Welt, die sich dann einfach eröffnet, dieses Universum, was in dem Moment aufgeht, wenn man unter die Oberfläche geht sozusagen. Ja, abgefahren. Das ist halt tatsächlich, also Wasser und Strand und Tage abends am Strand am Wasser ausklingen lassen ist halt wirklich so eine starke Facette von Thailand. Ich will sofort dahin. Ich auch. Eine andere Facette und eigentlich fast genau das Gegenteil und trotzdem faszinierend ist natürlich immer Bangkok. Also Bangkok ist ja wirklich so eine besondere Stadt, finde ich, mit der mich am Anfang auch so eine Hassliebe verbunden hat, als ich erst mal da war. Ich empfand das am Anfang, als ich dort war, so als sehr nerviger Moloch und ich habe ein bisschen gebraucht, um Bangkok näher kennenzulernen und da habe ich mich aber auch sehr, sehr verliebt in diese riesig große Stadt mit ihren verschiedenen Ecken und ganz modernen Malls, Hochhäusern, Straßen, U-Bahnen. Ne, U-Bahnen haben sie nicht, aber eine Hochbahn und gleichzeitig halt wieder sehr, sehr ursprünglich. Es gibt Ecken in Bangkok, die sehen aus wie einem 60er-Jahre-Film und dann gibt es irgendwie kleine Gässchen und Seitenstraßen, die irgendwann aufhören und du hast das Gefühl, du bist 100 Jahre gereist. Also du kannst durch Bangkok verschiedene Zeitreisen machen, du kannst verschiedene Ecken erleben und es gibt so Plätze, wo natürlich auch sehr touristisch sind und die ganzen Party-Viertel und dann die Rotlich-Viertel gehören auch dazu, die mixen sich dann irgendwie und fantastisches Essen. Also du kannst nicht nur fantastisch Thai essen in Bangkok, sondern quasi das Essen weltweit. Also du hast sogar, also ich habe sogar mal in Bangkok sehr gut gegessen, also deutsch gegessen, in so einem Schwarzwaldhäusel gab es Knödel- und Laugengebäck, die ich da gegessen habe. Das war fantastisch und war halt total abgefahren, weil dann irgendwelche Thais sich Schweinshaxen reingehauen haben und das zelebriert haben. Aber für mich, so mein Lieblingsplatz und der mich immer wieder überrascht hat aus verschiedenen Gründen, ist so die grüne Lunge von Bangkok. Das ist der Lumpini-Park und den ich also wirklich jeden, der in Bangkok ist, empfehlen kann aus verschiedenen Gründen und auch weil zu verschiedenen Tageszeiten der Lumpini-Park so speziell ist, weil man Thailand und die Thais nun mal ganz besonders kinnen lernt. Und es gab ein Phänomen, was ich halt im Lumpini-Park zum ersten Mal erlebt habe und das war früh morgens. Ich war noch so ein bisschen im Jetlag und war total früh wach und bin dann in Lumpini-Park einfach gelaufen, weil ich den schon kannte. Das war nicht das erste Mal, dass ich da war. Aber ich war noch nie so früh da. Und Lumpini-Park ist wirklich so ein großer, großer Park mit kleinen Seen, mit tollen Wegen, mit Bäumen, mit Wiesen und mit Spielplätzen für Kinder. Also es ist wirklich so ein Naherholungsgebiet für die Thais, so mitten in der Stadt. Es gibt Konzerte da, Partys da in den normalen Zeiten. Da spielt es Bangkoks, Symphonieorchester sonntags. Leute kommen zum Picknick. Aber Lumpini-Park ist halt auch der Park, wo die Thais morgens joggen gehen und Fitness machen. Und das habe ich dann, als ich da an diesem frühen Morgen da durchgelaufen bin, halt so in dieser Morgensonne und es ist immer noch so ein bisschen diesig morgen. Es ist noch nicht so ganz so heiß und es ist total angenehm, weil ab und zu nochmal so ein kühler Wind da durch den Park geht und die Bäume rascheln und du läufst da durch, weil du irgendwie total fit bist und wach bist und du läufst aber nur langsam und um dich herum joggen alle. Also die Stadt-Thais, die bevor sie ins Büro gehen, sich da halt einfach fit machen. Und das war lustig dann halt irgendwie für mich anzusehen, weil ich natürlich im Urlaubsmodus war und die anderen irgendwann früh aufgestanden sind nicht, weil sie Jetlag haben, sondern weil sie irgendwie dann um acht oder im neuen Büro sein mussten. Was dann aber passierte ist, ist plötzlich kam aus den Lautsprechern im Lopini Park, also überall sind so Lautsprecher auch aufgebaut, manchmal läuft da auch am Wochenende Musik halt durch, aber auf einmal kam die thailändische Nationalhymne dadurch. Erst sagte irgendeine Frau irgendwas und auf einmal kam die Nationalhymne und alle die Jogger und Joggerinnen blieben stehen. Und ich und ich lief natürlich Touri, lief erstmal weiter und irgendwie so bleiben alle stehen. Und klar, und das ist einfach so ein Ritual, dass morgens um acht und dann habe ich dann das auch erfahren, irgendwie abends, ich glaube um sechs oder um sieben, nahe mich nicht fest, zweimal am Tag läuft da einfach die Nationalhymne und und alle bleiben stehen. Also dieses dieses Leben, dieses wuselige, tolle Morgenleben in diesem Lopini Park, da hatte irgendjemand halt diese Pausentaste gedrückt und es war aber nicht komplett Pause, wie so ein Film, den man anhält, sondern es lief halt die Nationalhymne und alle und manche guckten nach oben, manche liefen auf der Stelle so ein bisschen weiter, aber blieben stehen. Und ja, das ist halt völlig abgefahren, wenn du so eine 10, 20 Millionen Einwohner Stadt, man weiß ja aber Bankung nie so genau, die auf einmal halt so stehen bleibt, wegen der Nationalhymne. Und das ist halt so ein Ritual, habe ich dann nachgelesen, das stammt aus den 19, 30er Jahren, dass halt wirklich zweimal am Tag diese Nationalhymne läuft. Ich habe dann nochmal nachgelesen und das ist, das ist nicht nur halt in diesem Lopini Park, das sind öffentliche Gebäude, im Bahnhof, im Fernsehen, im Radio, auf Märkten findet das halt statt und die einen finden das ganz toll, die zelebrieren das, die anderen sagen, man macht das halt mit, das ist so ein Gruppenzwang und ja, das ist auch nicht schlimm, weil diese Nationalhymne geht glaube ich so eine Minute oder fünf Sekunden, zack, also fünf Sekunden bist du auf einmal in einer anderen Welt und dann geht es einfach ganz normal weiter, als wäre nichts gewesen. Ich habe das dann später nochmal erlebt, warst du mal im Thailand im Kino? Ich wollte es gerade sagen, ich habe das völlig vergessen, aber das hat, ich war, ich war in Thailand, ich habe irgendwie diesen Peanuts-Film geguckt, ich war, als ich irgendwie, weißt du, da kam so ein Peanuts-Film raus und relativ vor ein paar, lass es vor sechs Jahren gewesen sein oder was, keine Ahnung, kam dieser neue Snoopy und ich liebe halt Snoopy und Charlie Brown so und ich habe eine Tasse von Charlie Brown. Ja, auch süß. Und dann ging ich da so rein und auf einmal standen alle auf und ich so, Leute, bleibt doch sitzen, also ist doch gut, also ich bin ja auch bald wieder weg und dann, nee, aber dann kam halt die Hymne und dann bist du auch lieber stehen geblieben. Also es war jetzt überhaupt nicht schlimm, es war kein unangenehmer Moment, aber es war nicht der Moment, wo du sagst, ich setze mich jetzt mal als Einziger hin und esse schon mal ein bisschen Popcorn oder so. Das war irgendwie nicht angebracht, aber es ging halt relativ schnell vorbei. Ja, weil das Ding ist nur so eine knappe Minute lang. Ich hätte das auch im Kino, ich weiß ganz genau, ich habe in Bangkok, in so einem damals, wann kam Avatar raus? Weißt du das? Ja, ich weiß es nicht. Avatar, das ist schon ein bisschen her. Ich glaube, Avatar kam so raus, lass mich lügen, so 2008, 2009, 2010. Und da war ich in Bangkok und wollte halt mal ins Kino, es war unfassbar heiß und ich bin nachmittags, habe ich dann gesehen, oh, ein neues Kino aufgemacht, aber so ein Kino, weißt du, mit der besten, neuesten Leinwand und das ist ja auch Bangkok, Hightech. Das ist auch Bangkok, das war bei mir auch so, das war echt fast wie Raumschiff, 2009 ist der übrigens rausgekommen. Ja, da war ich so ungefähr richtig und das war, es war auch so ein Kino, so ein geiles Kino mit so Sitzen, wo du dich so reingelegt hast und du hast so ein bisschen nach oben geguckt, also völlig geiles, damals ultramodernes Kino, Soundanlage da drin und weißt du, du kommst da rein, bist da so ein bisschen geflasht und legst dich in diesen Sessel rein, probierst den so aus, wie man so nach vorne und zurück kann, was die ideale Position ist und in dem Moment ging dann auch die Leinwand auf und du denkst halt wie in Deutschland, jetzt kommt irgendwie Werbung oder so, aber erstmal kam die Nationalhymne halt auch und alle sind aufgestanden und dann kamen diese 50 Sekunden oder diese Minute und ich so mich so aus diesem Sessel dann, du stehst ja dann stramm mit, okay, ich bin zwar eine Touri, aber mich so rausgewuchtet aus diesem bequemen Sessel und stellte mich halt dazu, wie immer zwei Koppel größer als alle anderen und ja, und da kamen die Nationalhymne und da lief dann irgendwelche so Bilder, irgendwie Thailand, Bangkok, Palmwedel und was auch immer und da war es dann wieder vorbei und da kamen irgendwelche, da kamen dann halt irgendwie wie überall auf der Welt irgendwelche Trailer für andere Filme und dann ging halt Avatar los, über den Film möchte ich jetzt ja auch mal nicht reden und ja, und das Lustige ist, weil ich dann, du weißt, ich finde ja, wenn ich dann sowas habe, ich muss das ja irgendwie nochmal ergründen, warum das so ist und dann habe ich das nochmal nachgelesen, was ist mit dieser Hymne, weil die ja auch so kurz ist, du hast ja dann Angst zur deutschen Nationalhymne oder irgendwie, es gibt ja auch so Hymnen, die dann halt so zwei, drei Minuten lang sind, aber die ist ja echt zackig und dann habe ich dann nachgelesen und das Besondere ist, diese Teilhymne hat ein Deutscher geschrieben, also zumindest ein deutschstämmiger, also ein Thai, der Peter, der Peter hat das Ding geschrieben und, ja, der war Sohn von einem Deutschen, von Jakob Veit und der kam irgendwie aus der Ecke von Trier, Rheinland-Pfalz und irgendwie sind die dann, keine Ahnung, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, ich glaube, der Vater war dann Konsul von Siam und war dann mit einer Thailänderin verheiratet und so kam der Peter auf die Welt und Jo, irgendwie kam dann, ist dann die Hymne da entstanden, also die, also es gibt auch eine Verbindung, es gibt auch eine Verbindung wieder nach Deutschland und die Geschichte, die da im Lumpini Park ich zuerst erlebt habe mit diesen Joggern, die dann übers, übers Kino dann quasi in meine Wissbegierde mündete und ja, das ist die Geschichte vom Lumpini Park, abends um 18 Uhr läuft die Hymne auch, also ihr habt zwei Chancen um 8 morgens oder um 18 Uhr abends und der Lumpini Park ist wirklich ein absolutes, finde ich, so ein Muss, auch wenn ihr zum Beispiel auf Warane steht, Warane sind ja auch diese Echsen, diese großen fetten Echsen, die es oft in Südostasien gibt und die gibt es im Lumpini Park auch und zwar ist es so, dass die sich da so vermehren, wie andernorts sich Hasen vermehren oder Mäuse und die, die haben in Thailand immer wieder ein Waranproblem, vor allem diesen Lumpini Park, die Dinger werden ja drei Meter lang, diesen Riech, das sind ja fast so Krokodile und klar, das ist total super, sich das anzugucken, aber es ist halt auch so, dass die in manchen Zeiten halt so ein bisschen Überhand nehmen und dann holen die halt da, dann sammeln die dann irgendwie die Warane wieder ein, weil die natürlich, Warane sind ja super coole Tiere, denen sind Menschen ja scheißegal, die fauchen dich auch halt mal an, ne, also wenn du da denen zu nahe kommst und die sind jetzt nicht gefährlich, aber wenn so ein Vieh da halt mal vor dir liegt, gehst du halt außen rum. Also das ist auch eine Attraktion im Lumpini Park plus Tretbootchen fahren, das klingt jetzt total bescheuert, ne, Tretboot fahren, ne, kannst du auch, keine Ahnung, überall im Bayerischen Wald oder im Hunsrück auf irgendeinem See, aber dort halt in diesem Lumpini Park gibt es so ein See, da kann man sich so ein Tretboot ausleihen, manche haben so irgendwelche komischen Formen wie so ein Schwan oder irgendwas und wenn du da mit deinem Tretbootchen unterwegs bist, guckst du erstmal am Wasser unten, dieses Wasser, dieser See ist voll mit Schildkröten, also richtig fette Schildkröten wohnen im See und du fährst halt in diesem Park auf diesem Teich, auf diesem riesen See Tretboot und guckst halt diese Skylines von Bangkok an, diese Hochhäuser, diese ultramoderne Hochhäuser und das ist, finde ich immer wieder so eine absurde, ja so ein absurder Anblick, dass du alles gleichzeitig haben kannst in einer Stadt und das finde ich ist so ein Ding, warum man immer wieder nach Bangkok kommen muss, weil man die Stadt immer neu kennenlernt und wenn man nach Thailand reist, sich am Anfang oder ich empfehle eben am Ende einer Thailandreise noch zwei, drei Tage auf jeden Fall Bangkok gönnen muss. Ja, ich habe zwei kleine Tipps um das abzuschließen. Der erste, dem mir einfällt, wenn ihr Tretboot nehmt, setzt euch nicht in das, das aus wie ein Waran. Das könnte ein Waran sein. Zweitens, wenn ihr die Hymne verpasst habt, geht gerne ins Kino und hört sie euch da an und guckt einen Film, aber, und das möchte ich jetzt noch kurz anfügen, Leute, 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 es ist brüllend heiß in Bangkok, im Kino ist es eiskalt. Ja, das stimmt. Ich bin da wirklich nicht underdressed hin, aber ich hatte halt einfach nicht richtig viel an, weil es war halt tierisch heiß, aber im Kino, Leute, 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 also wenn sie Klimaanlagen haben, Alter, dann nutzen sie die. Und ich habe da wirklich Szenen erlebt, ich habe mir teilweise irgendwann wirklich so ein Hemd, das ich so locker habe, das habe ich mir über die Füße gelegt, weil sie haben mich so eingewickelt, wie in so einer kalten Nacht, weil die ziehen das so durch. Mein Gott, Klimaanlagen, also denkt immer dran, es ist wirklich, man zieht sich oft in diesem Land drinnen öfter an als draußen, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich bleibe noch mal ganz kurz in Bangkok, um auf ein Thema zu kommen, an dem wir heute definitiv nicht, und gute Freunde und Freundinnen von uns werden wissen, was jetzt kommt. Irgendwas mit Essen? Ja, also das Thema Essen in Thailand ist natürlich dann doch relativ präsent, muss man so auszudrücken. Also ich will sagen, das Essen ist einfach entgeil. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ich habe auch nur Hunger gekriegt, als ich mir so ein paar Fotos angeguckt habe hier, um mich in die Stimmung für die Folge zu kommen. Wahnsinn, was essensmäßig in Thailand geht. Und das kann man unter anderem natürlich in Bangkok erleben. Und ich habe tatsächlich ein Erlebnis gehabt in Bangkok, das für mich das ganz gut zusammenfasst. Diesmal sitze ich nicht, ich gehe. Das ist ja schon mal ein Fortschritt, finde ich. Ich hätte fast applaudiert. Also das ist ja schon ein Schritt nach vorne. Mittlerer Applaus, komm. Dankeschön, Dankeschön. Ich helfe, ich kann. Lehrersaal, eine Person. Genau, Dankeschön. Man kennt das. Ich spiele jeden Saal leer. Ja, aber ich bin dir treu. Bis ans Podcast-Ende bin ich dir treu. Bis die Hymne kommt. Ja, dann stehe ich auch. Ich gehe aus meinem Apartment raus in die Affenhitze in Bangkok. Die Hitze haben wir jetzt schon ein paar Mal darüber gesprochen. Ich hatte mir tatsächlich auf einer meiner letzten Reisen, die mich nach Bangkok geführt hat, ein Apartment gemietet in einem normalen, neueren Wohnkomplex. Du hast gerade schon über wahnsinnig viele moderne Hochhäuser gesprochen. Und Bangkok ist ja diese Mischung eben aus diesen alten Gebäuden, diesen verwitterten alten Gebäuden, aber halt auch immer wieder modern Sachen, die da so rauspiksen und natürlich sehr hoch in die Höhe piksen, weil Bangkok verdammt viele Einwohner hat. Und zum neueren Wohnkomplex habe ich über ein paar Bekannte, über eine Bekannte haben wir dort, die nicht da war, Thai ist sie, und war einfach im Ausland einen Monat, haben wir gesagt, komm, fahren wir da hin und pender mal. Und das Ding hatte 40 Stockwerke, ist eins von wie viel zwei Milliarden Hochhäusern in der Stadt. Also ich könnte euch nicht genau sagen, wo es ist, aber es ist halt eins von diesen vielen. Mittendrin das, was ich immer wollte von Bangkok, das, was du Moloch genannt hast, und wir meinen beide ja dieses liebenswerte Moloch, dieses wirklich, dieses Chaos, das man nie ganz durchblicken kann, aber man will irgendwie rein. Und Bangkok ist Drehkreuz in Südostasien, ist kultureller Schmelztiegel, das spiegelt sich auch kulinarisch weiter, es ist chaotisch, es ist heiß, es ist laut, es ist feucht. Einerseits ist es manchmal so glänzend, manchmal ist es so dreckig, manchmal ist es verrucht, manchmal ist es sauber, manchmal ist es abgefahren, lecker. Und ich wollte da einfach wohnen. Und das haben wir dann halt drei Wochen gemacht und drei, vier Wochen waren es. Und irgendwann war klar, was das Abenteuer war. Ich habe da jeden Tag ein Abenteuer erlebt auf der Ecke, ein kulinarisches Abenteuer, ohne mich groß zu bewegen. Denn ich bin einfach raus von diesem, sagen wir 20 Grad in meinem Zimmer, denn es war klimatisiert, ja, auf diese 32 Grad stehende Hitze, auch im Dunkeln, auf so einen weißen Flur, bin runter aus diesem Gebäude raus, Fahrstuhl, Rezeption, dann so ein kleiner Supermarkt, der wirklich in diesem Gebäudekomplex war, auch interessant, wie die Thais dann so leben, die jüngeren Leute oder die Leute, die dort arbeiten in der Stadt, so ein Wohnkomplex, in dem praktisch alles ist, gehe durch dieses Eingangstor raus und komme in dieses Bangkok, dieses andere Bangkok, das ich gerade schon meinte, nämlich dieses leicht verwitterte. Vor allem sind da keine Touristen gewesen auf der Ecke, weil es einfach ein Wohngebiet war. Und mein erster Stopp, und jetzt kommen wir zur Sache, ist oft mittags gewesen, und abends komme ich da auch vorbei und habe auch was mitgenommen, aber vor allen Dingen mittags, der Mango Sticky Rice stand. Das kannst du jetzt nicht machen. Hast du jetzt wirklich Mango Sticky Rice gesagt? Alter. Das ist, ich weiß, das ist schrecklich, aber auch schön. Mangos kommen unter anderem von da. Mangos wachsen da. Mangos sind keine grünharten Sachen, die mit einer Klimabilanz von der Hölle irgendwie hergeflogen wurden, sondern Mangos gibt es da. Mangos sind aber Früchte, die dort wachsen. Mangos können gelb sein, habe ich gelernt. Mangos können reichlich vorhanden sein, können weicher sein, härter sein. Und es gibt auch jemanden an diesem Stand, habe ich dann gelernt, eine Frau, die genau wusste, welche die beste Mango an diesem Tag war. Sie hat sie mir frisch aufgeschnitten dazu. Also wirklich Mango in Stücken, dazu weicher, warmer Reis, perfekter, weicher, warmer Reis, ein bisschen süße Kokossoße oben drüber und irgendwas Knuspriges, was ich nicht genau verstanden habe. Und das war mindestens mein Mittagssnack. Es war so geil. Es war süß, nahrhaft. Es ist eigentlich eine ganze Mahlzeit. Das ist für mich die einzige Alternative zu Kaffee, Kuchen. Das ist quasi die vierte Mahlzeit Thailands. Genau. Mango Sticky Rice. Ich habe sie praktisch als dritte Mahl, also sozusagen als Mittagsessen wirklich genommen, weil ich mir dann manchmal auch zwei gegönnt habe oder so, weil ich es halt so super fand. Also zwei Mangos mit Reis und so. Und es gibt noch, in Japan gibt es noch was, das heißt Mochi, das gibt es so in der Tee-Zeremonie, so eine Süßigkeit. Das ist auch toll, so als heiß und süß Ding, so wie Kaffee, Kuchen. Aber Mango Sticky Rice ist schon der Wahnsinn. Da bin ich als erstes vorbeigegangen, aber ich bin dann halt abends immer noch ein Stück weitergegangen, vorbei zum Beispiel. Und das ist vielleicht eine Szenerie, die du auch kennst. Du gehst irgendwie in Bangkok auf etwas zu hohen Bürgersteigen, musst doch immer so gucken, dass da kein Loch im Bürgersteig ist, dass man nicht in irgendein Loch tritt. Stimmt, ja, stimmt. Oben immer so diese ganzen Kabel, also ich meine, diese Stromleitungen in Bangkok sind ja da wahnsinnig, was da hängt. Also du hast halt so praktisch so Strommasten und halt oben hängt so ein, man hat das Gefühl, ein tonnenschweres Gewirr an irgendwelchen Kabeln, die auch teilweise offen dann so halb darunter hängen. Man will das alles gar nicht wissen. Ja, so 200 Stück. Und ich habe manchmal das Gefühl, keine Ahnung, der ein oder die andere Thai, wenn der Akku im Handy leer ist, dann stöpseln die sich an dem Mast auch noch irgendwie ein. Weißt du so? Du weißt, was ich meine. Oder stöpseln die so Kabel in den Kopf und hören einfach so, Telefon. Also ich habe es schon gesehen, also ich weiß gar nicht, wo das war, ob das ist in Bangkok war oder irgendeiner anderen Stadt, wo irgendein Typ mit seiner Garküche da an so einem Pfosten gehalten hat, wo oben schon 200 Kabel irgendwie von links und rechts und oben und unten kamen, der einfach sein, keine Ahnung, was es war, sein Kabel, der sich da hochgehangelt ist und einfach irgendwo reingesteckt hat und seine Garküche hatte dann Strom. Also wenn ich sage, meine Herren, weißt du, in Deutschland würden da 200 Leute kommen mit Arbeitsschutz und einem Helm auf und irgendwie ein Kabel verlegen und der Typ hat einfach seine Garküche davor gestellt, Kabel oben rein, zack und unten geht's. Also diese Kabel, ich fotografiere die auch immer, also keine Ahnung, man kann die ja auch. Ich auch. Also irgendwie ist es faszinierend, dass das halt geht und dann hast du diesen Holzflock, weißt du, so ein dünnes Streichholz quasi, wo irgendwie diese 200 Kabel, die auch 200 Kilo wiegen dranhängen und alle laufen vorbei, geht schon gut. Ja, und dann ist Regenzeit und du denkst so, mein Gott, so bei uns würden sie, bei uns würden sie einen Halbseh, würden sie einen Brennpunkt machen, weißt du, um mal ein alter Fernsehsparer zu reden, falls auch jemand weiß, was das ist. Egal, also du gehst da lang und siehst das alles und ich gehe zum Beispiel vorbei auf diesem Weg, das sind so 50 Meter gewesen auf diesem, auf diesem relativ löchrigen Fußweg, vorbei einer Werkstatt, in der es noch zischt und glüht und qualmt, da sind so Leute am Arbeiten. Ich gehe an einem kleinen Restaurant vorbei, alles ist ganz offen. Du guckst rein, du siehst da leben, dass da passiert kleine Mikroorganismen, nicht Mikroorganismen, also Mikroenklaven von Menschen, die irgendwie entweder arbeiten oder sitzen und diskutieren. Oder essen. Oder essen halt, der Mangostand, alles ist weit einsehbar, alles in diesen verwitterten, mehrstöckigen Häusern, die du auch selbst, die an sich schon irgendwie fotogen sind und irgendwie ein Naturereignis, da können wir, ich stehe da halt voll drauf, auf dieses leicht, wie soll ich sagen, schmutzige Stadtleben. Maroder Scham. Ja, maroder Scham. Und die oberen Stockwerke, da hängt dann so Wäsche draußen, neben viel zu alten Klimaanlagen. Wie soll die da trocknen in der Luft, frage ich mich. Vor allem, wie soll die trocknen in den Abgasen, weil die überall Autos fahren und Mofas und es rote Lichter, gelbe Lichter, weiße Lichter. Es ist einfach, es ist einfach viel. Es ist einfach viel um dich rum, was passiert, aber dieses schöne Chaos, in dem du irgendwann so eine Ruhe gewinnst. Und gerade wenn du es kennst. Und ich bin jeden Abend da raus. und du gehst weiter und nach ein paar Metern kommt dann an so einer Kurve, an so einer Ampel, da stehen Leute an der Ampel und einen halben Meter weiter beginnt halt so ein Essensmarkt. Da steht dann so der erste Essensstand. Da gibt es dann irgendwie so einen Bananenblätter, irgendwas Eingewickeltes oder so. Dann kommt so ein Gemüsestand. Mit natürlich total interessanten Gemüsen, wenn man sich für sowas interessiert, was da so liegt, was es so gibt in der Ecke der Welt. Da gibt es natürlich andere Gemüse als bei uns. Dann ist auf einmal ein Zeitungsstand da auf dem Boden, die Zeitung nur mit Steinen so beschwert. Vor so einem kleinen Supermarkt oder so einer ATM-Machine oder so. Alles so eng beieinander, alles so da rein improvisiert, aber jeden Abend da. Und du gehst erst mal auf der einen Seite, nur auf der Straßenseite, nee, auf der Häuserseite war immer Essen, waren die Marktstände, dann irgendwann auf beiden. Und dann merkst du einfach, du gleitest in dieser Enge, auch viele Leute drängen sich an dir vorbei, in so einen Block rein, in so einen Block rein, der nur aus Essensmarkt besteht. Und ich dachte am Anfang, cool, das ist wohl, heute ist Mittwoch, heute ist Essensmarkt. Und dann war aber Donnerstag, das war auch Essensmarkt. Und Freitag war auch Essensmarkt. Und dann merkte ich so, geil, das ist hier immer. Und dann merkte ich, dass die Leute da hingehen, um zu essen, um sich Sachen zu holen, weil auch viel draußen gegessen wird oder halt auch nicht so viel zu Hause gekocht wird. Und da habe ich mich jeden Tag reinfallen lassen. So fast traveling without moving, weil ich nur 70 Meter von meiner Butze entfernt war sozusagen. Und da hast du den Rauch der Grills, die da überall sind. Du hast die Düfte, du hast das Geschnatter, die Blickkontakte. Und wie gesagt, es eröffnet sich eine ganze Welt. Und das Interessante war, es gab fast keine Gerichte, die ich von Thailändern hier kenne, von thailändischen Restaurants. Und das ist tatsächlich, und das muss man immer dazu sagen, das ist nicht so, dass man sagt, dass die Sachen hier schlecht werden oder so, in keinster Form möglich. Bei Thailand muss man das wirklich unterstreichen. Und es gibt auch ganz viele Ecken in Thailand, da gibt es sehr viel von dem, was es hier auch in sehr guten thailändischen Restaurants gibt. Denn es gibt hier sehr gute thailändische Restaurants in Deutschland. Nur da war es irgendwie anders. Es gab zwar einen Curry, aber das war ganz anders zusammengesetzt. Es gab hunderte von Salaten, die sie einfach kurz in Plastiktüten verpackt haben und mir rübergereicht haben, als ich die bezahlt habe, für viel zu wenig Geld. Es gab Meeresfrüchte am Spieß, Suppen aus Tüten, so ein Fisch, ich glaube, der kam direkt aus dem Fluss nebenan gegrillt. Hervorragend geschmeckt, super frisch und ich habe jeden Abend irgendwas entdeckt und habe wirklich, ich war auf Weltreise, jeden Abend und das war wundervoll und diese Zeit und das kann ich nur Leuten empfehlen, das ist jetzt, wenn man irgendwann mal sagt, man sagt immer so, was will man in deinem Land sehen, muss ich 17 Orte besuchen oder so? Muss ich das und das machen? Und ich weiß, wenn man nach Thailand einmal in seinem Leben fliegt, dann will man vielleicht nicht nur in Bangkok bleiben, aber es ist eine Alternative, sich nur einen Ort auszusuchen. Wenn es der richtige Ort ist, weil es wirklich nie langweilig wurde und ich habe so viel gelernt, ich habe so viele Leute kennengelernt, die irgendwann nett gegrüßt haben oder was auch immer und hatte dann natürlich in diesem Wohngebäude, da war dann oben noch eine Dachterrasse, da konnte man dann nachts noch so auf die Stadt gucken, das war nicht der spektakulärste Blick, wo dann noch von mir aus irgendein Palast zu sehen war, aber es war halt ein Blick über ein riesiges, endloses Feld aus Gebäuden, Lichtern, Verkehr und halt Essen, der diesen Abend, jeden Abend eigentlich abgerundet hat und davor stand halt mittags, der Mango Sticky Rice und abends halt das Essen. Also es war eine kleine Weltreise eigentlich in zwei Blöcken einer Großstadt. Bangkok ist halt so eine Wucht und das, was du ja sagst und das haben wir ja schon bei verschiedenen Zielen öfters gesagt, wenn man die Zeit hat und wir sagen ja auch, wenn ihr nach Thailand fahrt, dann muss man ja meistens fliegen, also ich glaube, mittlerweile kommt man auch irgendwann mit dem Zug dahin, da braucht man aber Zeit, ne, acht, neun, zehn Tage, ähm, ist auch ein Abenteuer, will ich unbedingt mal machen, ähm, wird hoffentlich nach der Pandemie bald möglich sein, aber wenn man ja hinfliegt, sagen wir, dann bleibt lange da, ne, macht lieber eine längere Reise und fliegt nicht für, für sieben Tage, ähm, nach Thailand, ähm, weil für sieben Tage kann man vielleicht auch ins Mittelmeer, ähm, dann fahren. Ähm, wenn man länger da ist und es macht einfach Sinn, wenn man Land mal, wenn man so unter die Haut, unter diese touristische Haut mal will, und das hast du ja erlebt, weil du da in diesem Apartment, ähm, Block da, ähm, bei den Thais gewohnt hast, ne, so Airbnb-Style, also, und in Bangkok macht es echt Sinn, mal von diesen, von diesen, ähm, Tourifaden runterzugehen und einfach mal zu leben, wie die Thais leben und so, so durchzulaufen und das ist, ähm, ja, das ist furchtbar spannend und man bekommt so ein, so ein, über das Essen, über die Tagesabläufe, ne, ob es jetzt von, vom, äh, morgens vom Joggen bis Mango Sticky Rice am Nachmittag ist oder, ähm, wenn man dann sich durch die Stadt bewegt und da durchläuft und läuft jetzt nicht von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten, auch sieht, wie sie so eine Stadt, und das ist in Bangkok ganz toll, wie sie die Stadt über die Tageszeiten verändert, weil die, ne, du hast es ja eben gesagt, in, in, in Thailand oder auch in Bangkok, man kocht wenig zu Hause, man isst auf der Straße, man geht viel essen, deshalb ist es auch so günstig, ne, weil, ähm, die Leute dann halt gar nicht so zu Hause dann irgendwie groß abends dann so kochen in der Stadt, sondern man holt sich schnell da was auf der Straße und da was, deshalb ist das Angebot unfassbar groß, riesig groß, unterschiedlich und, und wenn man in den Groove mal ein paar Tage reinkommt, ähm, dann ist es, ähm, wirklich so ein ganz spezielles Erlebtes und man kommt auch noch näher, ähm, ähm, an die Leute ran, ähm, weil das natürlich, ähm, wenn man Teils kennenlernt in irgendwie, keine Ahnung, in Hostels oder Hotels oder im Ressort oder unterwegs, ähm, das ist cool, aber, ähm, dann nochmal so zu sehen, ähm, wie die drauf sind, wie die ticken, wie, wie selbstbewusst die, ähm, teilweise sind, ähm, das ist toll und dann, ähm, kommt man denen wirklich, wirklich so ein bisschen nah und kriegt diesen Lifestyle mit, der ganz anders ist als ein Deutscher, aber halt auch nicht so fremd, also da gibt's, äh, viele Brücken, über die man, äh, da gehen kann und da hilft's wirklich einfach, ähm, ein paar Tage sich mal da reinfallen zu lassen. Ja, ich bin, ich bin viel näher ran gekommen, also ich hatte nach den, nach den Wochen hatte ich tatsächlich, das, also noch viel mehr das Gefühl, dass ich so ein bisschen was mitbekommen habe von der Wirklichkeit, von der Realität da, ne, also das ist so, das, 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 das war tatsächlich da gegeben und um das noch abzuschließen, das, ähm, was ich Leuten immer sage, Freundinnen und Freundinnen, die sagen, äh, wir wollen nach Südostasien oder nach Thailand, was sollen wir machen, also wie jeder mal was gefragt wird, also wenn ich, ein Freund von mir ist BVB-Fan, sage ich, ich will da hin, wie krieg ich Karten so und die fragen mich dann halt so, ähm, ähm, was sollen wir da machen und ich sag immer drei Sachen, ich sag nicht, mach nicht zwingend mehr, mach, ne, also mach so einmal das, was wir heute in dieser Folge auch so ein bisschen abdecken, einmal, einmal so ein bisschen, mehr ist jetzt meine Meinung, Gott, jeder soll's machen, wie er will, aber, ähm, Strand, Wasser, natürlich, das muss sein, das ist eine ganz große Qualität, natürlich immer essen, das ist direkt, rote Faden streckt sich durch alles und dann halt Bangkok, finde ich, ja, muss man mögen oder nicht, haben wir schon drüber geredet und halt, äh, den Dschungel noch, aber es geht gar nicht auch um die, das sind für mich die Hauptfarben und die Hauptfacetten von Thailand, aber, ähm, mehr als drei muss gar nicht sein, selbst wenn du die drei Wochen hast oder so, das reicht, nimm dir lieber den Tag mehr da und setz dich in die Mitte von so einem Markt und guck dir das mal an, bevor du jetzt wieder acht Stunden irgendwo hinheizst und dann auch so ein Foto von so einem Tempel machst, tatsächlich hat Thailand für mich mit ganz, ganz relativ wenig mit großen Hauptzeits zu tun, sein, also so, so irgendwie so, so, so Alltag erleben. Jochen, du hast eben Dschungel gesagt. Ja. Ich, ich, ich finde ja auch, Dschungel muss dabei sein, ähm, wenn man in Thailand ist, es gibt unterschiedlichen Dschungel in Thailand, ähm, man muss sich immer so viel entscheiden. Ähm, ich habe gleich, gleich auch noch ein bisschen Dschungel, ich weiß aber, du hast Dschungel im Norden und das ist so eine Region Nordthailand, die oftmals, ähm, so ein bisschen vergessen wird, vor allem, wenn man das erste Mal, äh, in Thailand ist. Aber, äh, du warst da und du hast gesagt, ich lieb's. Total, es ist für mich eine total, ähm, wichtige Facette dieses Landes. Ich sage mal, die Farbe grün sozusagen, ähm, Chiang Mai, Chiang Rai, die Ecke, ne, also es geht dann ja schon Richtung Grenze zu Laos oder Myanmar oder so, aber vor allem Chiang Mai ist eigentlich so eine der Städte, die man dann auch oft reist, wenn man in den Norden kommt. Und ich habe ja gerade gesagt, das erste, die erste Geschichte, die ich erzählt habe, fing an mit, ich sitze, die zweite jetzt mit, ich gehe, rauszufallen, ich kotze. Du fliegst. Nein, ich kotze. Ah, eine Jochen-Geschichte. Ich freue mich jetzt schon. Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Aber es war wirklich so. Jochen übergibt sich, Jochen ist mal wieder krank im Ausland, ähm, alle freuen sich, alle treten lauter, alle rufen Familie und Bekannte an, jetzt kommt wieder eine Jochen-Geschichte, Jochen hat wieder ein Krankenhaus oder irgendeine Krankenschwester kennengelernt. Nein, nein, so schlimm war das jetzt auch nicht, aber pass auf. Also, ich kotze irgendwo im Dschungel mitten in der Nacht und so ist es letztlich für mich runtergebrochen. In der Situation war es auch so, weil man da nicht mehr viel denken kann. Ich bin klitschnass vom Regen, wieder mal Regenzeit. Ich kann mich kaum auf den Bein halten, was jetzt nicht so, was ich nicht so dramatisch meine, aber es gehörte einfach dazu, weil ich relativ schwach war. Also, wenn man nicht viel Nahrung in sich erinnert, ist man ja auch relativ schwach. Ja. Hab gerade noch gepennt, vor Sekunden gefühlt. Und man wundert sich ja manchmal, was man so alles machen kann, innerhalb von ein paar Sekunden. Wenn du weißt, was ich meine. Also, manchmal brach man ja auf und denkt so, Alter, wie bin ich jetzt hier gerade hingekommen? Wenn man so drei Sekunden später halt irgendwo, naja, ich letztlich im roten Schlamm, vom Regen aufgeweichten Schlamm, irgendwo im Dschungel im Norden Thailand stehe und kotze. Herrliches Bild. Ich hab ein tolles Bild im Kopf. Toll, oder? Farben, also alle möglichen Farben, toll. Ja. Mir ist viel durch den Kopf gegangen in dem Moment. Ja, nee, aber es ist drei bis fünf Tage Trekking waren es. Ab Chiang Mai war es, ja genau. Es war, also du fährst so ein paar Stunden mit so einem Jeep oder so ein Four-Wheel-Drive und gehst dann halt zu Fuß weiter. Und ich wollte halt das machen, tracken im Dschungel. Und du kommst dann natürlich an Stellen, an die du sonst nicht kommst. Und das ist das Reizvolle daran. Also, wir haben teilweise halt Menschen besucht, die einfach im Regenwald leben, die sonst keinen Anschluss an die moderne Zivilisation haben. Also, die leben da jetzt nicht komplett isoliert, wie jetzt diese Völker auf den Inseln da irgendwie bei den Andamanen in Indien oder so, dass sie noch nie einen Menschen wie mich gesehen haben oder so. Aber die leben halt einfach so, da führt keine Straße hin, kein Sonstwas, fährt kein Bus vorbei. Die leben da einfach mitten im Dschungel, so im Regenwald. Und es ist wahnsinnig viel Natur. Es ist dadurch auch total spannend. Und du deckst natürlich auch ab davon viele Tiere und bist einfach komplett raus. Und deshalb macht man ja sowas. Und ich weiß noch, es war echt extrem rutschig die ganze Zeit so. Also durch den Regen haben wir an vielen steilen Abhängen gewandert, wo du dann auch immer so den Guide an guckst und denkst, Digga, du hast ja mal gesagt, ich soll nicht wegrutschen. Aber was passiert eigentlich, wenn ich wegrutsche? Die Antwort kam nie. Weißt du, wo du so denkst, wer holt mich da raus? Und dann weißt du die Antwort. Ja, genau. Wenn die Antwort nicht kommt, weißt du die Antwort. Besser, du rutschst nicht. Genau. Don't just don't do it. So, weißt du. Und du konzentrierst dich dadurch zu wenig doll und du pennst in provisorischen Unterständen oder einfach auf dem Boden unter löchtrigen Moskitonnetzen und die Nacht auch in dem Dorf, in dem wir da waren. Es war wunderschön. Da lebten so 100, 200 Menschen in so Bambushütten war das, glaube ich, so Hütten, die so etwas über dem Boden liegen. Also nicht direkt da drauf. Meistens auch wegen Tieren, Insekten und sonst was. Schlangen, ja. Und war nicht sehr komfortabel, aber war müde. Penn war jetzt eigentlich das Problem. Man hört die Moskitos an den Netzen so richtig so warten. So Typ, Alter, mach endlich mal aus Dummheit hoch oder so. Oder finde ich gleich doch noch ein Loch, um zu dir reinzufliegen. Die Moskitos haben einfach gewartet und hab noch ein bisschen Fußball gespielt mit den Kids aus dem Dorf und irgendwann gab es was zu essen. Es war ein wunderschöner Abend und das war kein schlechtes Essen. Das weiß ich ganz genau. Das war nicht schlecht, nur ich hab irgendwas nicht vertragen. Also du kennst das ja. Passiert. Ich hör gleich auf mit den Details, aber beim Kotzen weißt du ja manchmal, wenn du kotzt, was es war. Also man weiß ja dann so, wenn man mal von Tequila kotzt, trinkt man wieder Tequila sozusagen. Und das war irgendwas, was in diesem Essen war, was ich wusste, das esse ich einfach nicht nochmal. Das kannte ich aber auch nicht. Es war wundervolles Essen, aber es ging irgendwie bei mir nicht. Und wie gesagt, eh schon ziemlich ausgemergelt, hab mich dann damals an dem Abend da davor noch in den Schlafsack gelegt und du kennst das ja, dann liegst du endlich drin und hast endlich deine Ruhe und dann merkst du so, irgendwas stimmt nicht, pennst aber ein, weil du halt so geschafft bist und wachst halt nachts auf und dann passiert das, was ich gerade geschildert habe. und das war so einer der Momente, in dem ich dachte so, warum mach ich das? Also weißt du so, du bist so, du bist so auf so Tracking-Touren, du willst das ja auch, aber das war so der Moment, wo du dann wieder reinkletterst so und du vergisst ja auch alles, die Moskitos vergisst du dann, dass du komplett nass bist, du kletterst wieder in deinen Schlafsack rein und dann denkst du echt so, warum machst du den Scheiß ehrlich? Warum bleibst du nicht einfach auf dem Zimmer, guckst irgendwie schlechtes Fernsehen, gehst essen, was soll das? Du bleibst nicht einfach zu Hause, Jochen, weil zu Hause ist doch am schönsten. Mit dem Arsch zu Hause bleiben, bleib doch einfach mit dem Arsch zu Hause. Weißt du, ich kenne Leute, die mir das immer wieder sagen. Aber gut, du wachst am nächsten Morgen auf, bist fertig, isst nur ein bisschen Reis, bisschen Wasser, gehst acht Stunden weiter, durchkreuzt, ich weiß noch, so einen reißenden Fluss, also der war nicht reißend, aber wirklich schnell, also das war echt ein schneller Fluss, wieder der Blick zum Guide. Wir sollten dann auf Kopf, auf unseren Köpfen die großen Rucksäcke so tragen und das Wasser ging so bis zu mir, so bis zum, etwas höher als Bauchnabel, also wirklich hoch, ich bin ja auch knapp zwei Meter groß und ging da dann so durch, an so einem Seil sollte ich mich so festhalten, ich guckte wieder ziehen und dachte so, Typ, nur einfach angenommen, so, dass ich jetzt ausrutsche und da. Jochen, du denkst auch immer zu viel. Ja, genau, naja, und er macht, der Blick war halt so, Typ, zieh es einfach durch, krieg es geregelt so, ich hab es dann auch hingeregelt bekommen und rutschte dann auch noch da und da weg und da und da weg und irgendwann steht da ein Jeep und dann steigst du wieder ein nach ein paar Tagen und es ist wirklich eine beschissene Straße gewesen, wie Flummis hinten auf der Frachtfläche umhergesprungen, roter Schlamm überall, ich hab bei mir runtergekommen, Hose völlig im Eimer, Schuhe im Eimer, alles im Eimer, aber dann kommt halt unter anderem das, nicht nur das, aber das auch, du kommst am Hotel an oder am Hostel, wo auch immer du bist, du merkst, wie einfach es ist, Auto zu fahren, wie du für eine Strecke, für die du Tage gebraucht hast, weil du einmal drei Stunden brauchst oder so, kommst da halt an, gehst auf dein Zimmer, erste Dusche, erstes warmes Wasser aus der Leitung, neue Klamotten, auf dem Bett sofort einpennen, egal wie spät es ist, weil du völlig im Eimer bist, wachst auf, wenn die Grillen zürpen, so abends diese thailändische Nachtkulisse, die Fenster offen, aber Moskitonetz und dann hörst du so dieses und das Licht leuchtet so rein vom Flur oder halt so vom Außenflur war das bei mir und so ein paar Palmenblätter, die so dunkelgrün noch so in der dunklen Nacht so schimmerten und du kriegst Bock, weil du weißt, was passiert, du stehst auf, du sicherst dich irgendwie ein bisschen gegen Moskitos oder so, sprühst dich ein und hast ein langes, helles Hemd an oder so, triffst die Leute, mit denen du tagelang unterwegs warst, isst fantastisches Essen in irgendeinem Restaurant, also in dem Fall bei mir oft ein rotes Curry nach sowas, trinkst eine eiskalte Cola, ich trinke selten Cola, aber aus kleinen Flaschen eine Cola in so einer Situation ist ganz schlimm, aber ganz toll für mich und hast einen wundervollen Abend in der Zivilisation und ich glaube, deshalb hiken auch viele Menschen, um das dann wieder wertzuschätzen und das ist tatsächlich auch so eine Situation in Thailand, die ich von dem Extrem, dass man sich manchmal auch fragt, so was soll der Scheiß, Alter, warum bleibst du nicht einfach zu Hause, bis zu der Belohnung und dem eigentlich großen Bild, dass du was ganz Tolles erlebt hast, ganz weit weg warst im Kopf und dann wieder zurückkehrst, das ist wundervoll und das kann man in Thailand einfach auch haben. Guck mal, war es eine schöne Geschichte, die so schlimm mit Kotzen begann und jetzt dann doch mit, aber ich weiß, ich weiß, was du meinst, also man begibt sich ja manchmal auf diese Abenteuer und hat dann halt einfach Momente, die anstrengend sind. also it's part of the experience, das ist anstrengend und dann je nach Verfassung, wenn du jetzt sagst, jetzt hattest du Pech, dass du irgendwie was gegessen hast, was du nicht vertragen hast oder dann ist es auch mal Hitze oder dann ist es vielleicht auch mal irgendein Typ oder irgendeine Frau, die da links und rechts ist, die einem auf den Sack geht, also es gibt einfach, also keine Ahnung, gerade bei so Tracks, wenn es dann anstrengend wird, halt Situationen, wo man natürlich so im Kopf Sachen hinterfragt oder wenn man nachts irgendwo mit, das muss ja auch nur ein Jetlag sein, also ich hatte das oft, wenn du irgendwie da so, du liegst irgendwo in der Fremde, du bist noch nicht so richtig da, du kannst noch nicht pennen, bist aber aufstehen, macht auch keinen Sinn, da bist du zu schwach für oder manchmal schon gibt es die Momente beim Reisen, wo man sich überlegt, wieso tue ich mir das eigentlich an und dann, keine Ahnung, hat man irgendwie nur noch durch den Schlafmangel oder so oder ein Jetlag irgendwie noch ein Hormonproblem, keine Ahnung, was der Körper da ausschütte und dann findet in einem Moment alles scheiße, aber das Tolle ist ja, wenn man, das muss man halt manchmal ein paar Minuten, ein paar Stunden durchstehen und dann wird man halt einfach dafür belohnt, weil wenn man das ja auch geschafft hat und oftmals ist es ja so, dass einem dann, wenn man dann mal wieder heiß geduscht hat, so wie du und mal eine eiskalte Cola oder vielleicht sogar auch mal ein Bierchen, ein Singa getrunken hat, was mein Favorite Bier da ist, es gibt ja Chang und Singa, ich trinke lieber Singa als Chang und wenn man das da getrunken hat und kommt wieder zu Kräften und man das so halt Revue passieren lässt oder sich abends nochmal so Fotos anguckt und dann weiß man auch schon, warum man das gemacht hat, weil es einem dann schon sehr erfüllt und ja, und einfach spezielle Momente dabei sind. Ja, wir sind wieder witzigerweise bei einem der Kernsachen, die wir ja auch immer sagen, so dieses, es ist ja auch nicht immer nur total geil. Also es ist natürlich total geil, sonst würden wir es ja nicht machen, aber wer sagt denn, dass alles immer nur Friede, Freude, Eierkuchen ist? Ist es zu Hause ja auch nicht. Nö, bei mir schon. Ja, natürlich. Nein, ich meine jetzt bei der Arbeit oder so, aber das ist, nein, das wäre doch Blödsinn. Das stimmt einfach nicht und gerade wenn man dann halt Sachen auch, andere Sachen will, das weiß ich, ich war ja nun kein Pionier, der das erste Mal nach diesem Dschungel durchkreuzt hat, aber es ist etwas, was man auch lassen kann, wenn man sagt, man macht nur Entspannung oder so und natürlich gibt es auf Reisen immer wieder, gerade wenn man neue Sachen versucht, zumindest für sich selbst, irgendwie an neue Orte geht, dann gibt es auch die Downs, dann gibt es auch den Moment, wo du sagst, boah nee, oder das war doch jetzt irgendwie doof oder warum mache ich das oder sonst was. Es gehört halt dazu, das heißt, wie gesagt, nicht, dass es einem zwingend schlecht gehen muss, aber man muss sich ja auch nicht, man muss ja auch nicht so tun, als wenn alles immer super ist, so wie es halt vor mir aus in manchen Einschlägen Social Media manchmal so aussieht, dass man jedes Mal mit einer Fruchtplatte auf dem Felsen sitzt und dann sagt, geil, ich bin hier alleine hochgeklettert und sehe jetzt noch geiler aus als vorher. Also all das ist bei mir nie der Fall gewesen und das mag vielleicht auch an mir liegen, aber es ist, das muss nicht so sein und die Belohnung ist auch da und gehört einfach zum Reisen dazu, zum echten Reisen gehört das definitiv dazu. So, Jochen. Yes. Du bist ja ein Typ, wir kennen uns ja schon lange, ich weiß, du stehst auf Belohnungsprinzipien. Das bestes Prinzip der Welt, das Belohnungsprinzip ist immer geil. Und deshalb entführe ich dich und ich weiß, du warst noch nicht da und ich wette jetzt mal, dass die meisten, die jetzt zuhören, auch nicht da waren. Ich entführe euch jetzt nach Kokut. Okay. Ich entführe euch auf so eine Art Pirateninsel. Zumindest sieht sie so aus, wenn ich jetzt, ich Michael Dietz, einen Piratenfilm machen würde. So einen, wo Piraten und Piratinnen so, weißt du, so romantisch verklärt dargestellt werden, so als Robin Hoods der Meere. Der Meere wäre ja auch jetzt nicht drin bei dir, ne? Nee, natürlich. Im Grund ist es eine romantische Piratenkomödie mit so einem Instagram-Felder, wo immer schönes Wetter ist. Es passiert doch nichts, keiner kommt um so. Also was völlig harmlos ist. Aber es sieht halt schön aus. Das wird natürlich trotzdem ein Blockbuster, weil ich hätte ja Regie geführt. Aber ich würde auf jeden Fall diesen Blockbuster auf Kokut spielen lassen. Es ist eine Insel im Golf von Thailand. Es ist der südöstlichste Punkt Thailands. Also fast direkt an der Küste zu Kambodscha. Schaut es mal euch auf der Karte an. Und auch diese Nähe zu Kambodscha prägt diese Insel. Auf der Insel haben sich über die Jahrhunderte Thais und Khmer angesiedelt. Khmer, so nennen sich die Einwohner und Einwohnerinnen von Kambodscha. Und die haben sich natürlich über die Jahrhunderte auch gemischt. Und diese Mischung, die ist sehr speziell. Also im Positiven gemeint. Vor allem, Jochen, da kommen wir später zu, Essen. Also Thai-Essen, Khmer-Essen, Verwandt, nicht das Gleiche. Aber da wird das so ein bisschen gemerged. Selten habe ich so gut gegessen wie auf Kokut. Zumindest habe ich den besten Papaya-Salat der Welt gegessen. Da kann keiner kommen. Das ist einfach sticht. Papaya-Salat auf Kokut. In einem Restaurant in einer Nähe eines Wasserfalls. Und diese Papaya kam nicht vom Markt, sondern hinten aus dem Biogarten des Restaurants. Das aber jetzt nur so als Spoiler, um Leute wie dich, Jochen, so zum Schluss nochmal so richtig fertig zu machen. Papaya-Salat kommt gleich. Ich will erst nochmal mit Kokut anfangen, weil Kokut, es gibt zwei Schreibweisen irgendwie. Einmal schreibt man es halt Ko auf Thai und dann mit lateinischen Buchstaben ist sie immer K-O-H und dann gibt es die Schreibweise Kut, K-O-O-D oder einfach K-U-T. So, keine Ahnung, manchmal wird es so geschrieben, manchmal so geschrieben. Wie gesagt, es liegt ja ein bisschen ab vom Schuss, der Aufwand, um dort hinzukommen, der ist schon groß, weil von Bangkok ist man schon so einen ganzen Reisetag unterwegs. Man muss von Bangkok erstmal nach Trat, da kann man hinfliegen, umweltfreundlicher sind aber die Minibusse, die dann von Bangkok darunter heizen. Die fahren morgens früh aus Bangkok los, auch wieder ein Erlebnis, wenn man irgendwie um vier, fünf oder um sechse morgens in Bangkok an so einem Busbahnhof ist und mit so einem Minibus nach Trat fährt. Die Belohnung ist dann tatsächlich, wenn man in Trat ankommt, da geht es dann mit der Fähre und dem Speedboot weiter, aber alleine dann dieser Bootsausflug, also dieser mit der Fähre und dem Speedboot von A nach B, also von Trat Richtung Kokut, das ist schon fantastisch. Das ist wirklich toll, weil diese Fahrt übers Meer, die geht vorbei an anderen Inseln, Komak, Komai und dann kommt Kokut und wenn du da mit dem Speedboot unterwegs bist und dann quasi dorthin gefahren wirst, dann wirst du in der Regel am Hauptort, am Anleger abgelegt oder direkt an den Hostels oder Hotels abgesetzt. Also alles ist am Wasser, was du ja vorhin gesagt hast, das Strand und Wasser ist halt cool und dann ist es halt cool, wenn du halt nicht das erste Hotel auf der Insel bist, wo du abgesetzt wirst, sondern vielleicht ein bisschen später und diese Stunden waren toll, weil du bist immer wieder so von einer Bucht zur nächsten gefahren, manchmal ein bisschen tiefer rein und hast so die Insel vom Wasser aus kennengelernt und das ist einfach schon mal ein großes Wow, weil Kokut ist halt klassisches Naturparadies, Palmenstrände, türkisblaues Wasser, wirklich Glas, klares Meer und dann direkt dahinter dichter sehr ursprünglicher Regenwald und Dschungel und das Tolle halt an Kokut ist, es ist dadurch, dass man ein bisschen länger auch braucht, um hinzufahren, es hat keinen Flughafen oder so, du hast halt da wirklich keinen Massentourismus, klar ist es auch touristisch, aber der Großteil dieser Leute, die da wohnt, von den Thais und Khmerz, ich glaube so 2000 Leute wohnen auf der Insel, die leben von Fischfang, natürlich auch von Touris oder aber auch von Kautschuk und Kokosnussernte und wo Kokosnüsse sind, was ist da noch Jochen? Ich will jetzt nicht zu sehr Klischee reiten, Okay, alles klar. Palm, ganz arg, Kokosnüsse, Palm und aber doch, Klischee, wir sind beim Klischee, also diese Strände da in Kokut, da hängen diese Palmen wirklich so drüber, wie in der Werbung, wie im Klischee, die Palmen gehen so über den Strand, über den Sand drüber, Schaukel dran, Beach People, es ist ein Paradies und diese Strände da, die fallen alle so wirklich wie gemalt so flach ab ins Wasser, also du läufst da so ganz langsam in dieses türkisene Wasser, du kannst da so reinwandern, das Wasser ist warm, seicht, glasklar, du läufst da so ein bisschen rein, bleibst ein bisschen stehen, gewöhnt sich an die Temperatur, Hammer und diese ganzen Strände, die sind alle an der Westküste, also fast alle, die meisten Strände und Jochen, ich weiß, du bist ein alter Romantiker, Sonnenuntergänge, im Osten geht die Sonne auf, im Westen geht sie unter und das ist wirklich kaum zu glauben da, also fettes Programm, abends färbt sich dann der Himmel, wenn die Sonne untergeht da in so ein Orange, Rosé, es kommt dann auch irgendwie an diesen ganzen Stränden, also für mich sah es immer so auch dann so eine Glücksstimmung auf, du hörst so die, du hörst so die, noch die Vögel aus dem Dschungel, die geben dann abends nochmal Gas, du hast diese leichte Prise, es wird so, so ganz, ganz, so ein bisschen kühler, du hast so eine Abendstimmung, dieser gelbe Ball am Horizont, der wird immer roter, irgendwann kommt der vor, als würde der Mars da am Horizont irgendwie so ins, ins Meer eintauchen und diese Weite, also mich macht das immer total glücklich, wenn das dann so den Tag, also den hellen Tag beendet und du gehst dann mit diesem Gefühl dann irgendwie zu deiner Hütte, zu deiner Veranda und die Sonne ist unten, es ist noch nicht ganz dunkel, du hast noch dieses Orange, dieses Gelb, dieses Rot, was so nachhalt und sitzt auf deiner Veranda und keine Ahnung, trinkst dir so einen Sundowner, irgendwie einen Gin Tonic oder so und freust dich dann schon aufs Essen, also ich liebe dieses Gefühl eines Tages draußen, da in Thailand, du kommst eh in diesen Flow ja so in Thailand, also jetzt in Bangkok ist es manchmal ein bisschen anders, aber ich finde so draußen in dieser Thai-Natur, wenn du irgendwie da im sechsten Gang ankommst, bist du innerhalb von 48 Stunden auf den zweiten Gang zurückgeschaltet, du kommst in diesen Flow, die Haut fühlt sich irgendwie ja ganz anders an, wenn du den ganzen Tag draußen bist, diese angenehme Feuchte, dann Salz und Sand und dann riechst du schon abends in auf der Wand, da sitzt irgendwo diese Garküchen und diesen Thai-Basilikum, der so aus den Restaurants so rauswabert, ich will da jetzt hin. Jetzt wird es echt langsam, also das ist jetzt langsam so ein bisschen, also ich finde ich langsam echt doof, also ich finde langsam wird es unangenehm, muss ich sagen, also weißt du so, ich wünschte, dass manchmal diese Kokosnüsse, die da manchmal so neben einem einschlagen, mir auf den Kopf fallen, manchmal hätte ich, kurz habe ich gerade gedacht, warum nicht einfach ein Meter links, dann müsste ich mir das jetzt nicht anhören. Aber ich kann natürlich wie so oft wie ein Kleinkind mit der vollen Hand in den Schokopudding hauen, die Insel ist jetzt nicht nur was für Leute, die gerne am Strand abhängen, es gibt da wirklich total viel zu machen, klar, tauchen, schnorcheln, wie fast überall im Golf von Thailand, ein Riesending, wir haben jetzt schon gelernt, das ist jetzt nicht so mein großes Ding, ich habe da so die ein oder andere Erfahrung gemacht, aber was da so ganz groß ist, was ich gemacht habe und was dort fantastisch ist und was wir noch gar nicht so oft hatten in unserem Podcast, ist Kajak fahren. Und zwar nicht draußen auf dem Meer, sondern das Tolle an Kokut ist, dass es da viele Flüsse gibt, also irgendwo muss dieses Grün und dieser Dschungel hierher kommen, es gibt ganz viele Flüsse und Wasserfälle, es gibt viel, viel Wasser auf dieser Insel und was ziemlich abgefangen ist, es gibt da verschiedene Beaches, einer der bekanntesten ist da Klongchao Beach und das Tolle an dem Beach ist stellenweise, das ist schwer zu erklären, also da gibt es einen Fluss, der heißt auch Klongchao und der geht parallel zum Strand, also du musst dir vorstellen, du hast einen Strand und da geht quasi am nördlichen Ende von diesem Strand, wird dieser Strand ein bisschen schmaler und du hast hinten nicht mehr den Urwald oder den Dschungel, sondern da kommt halt einen Fluss raus, der links vom Strand, stell dir vor, du stehst auf dem Strand und links von dir kommt auf einmal ein Fluss aus dem Dschungel, rechts hast du immer noch das Meer, du stehst quasi in der Mitte auf einer Sandbank, links Fluss, rechts Meer, das allein schon finde ich so ein Naturwunder, da will ich immer sein und du kannst dann quasi von dieser Sandbank, irgendwann fließt dann dieser Fluss über den Strand ins Meer und du kannst dann von dieser Sandbank aus dieses Kajak nehmen und kannst dann quasi den Fluss dann hoch kajaken, brauchst du, also ganz moderat, selbst du würdest es schaffen, Jochen, also man braucht jetzt nicht so die härteste Rocky-Muskelkraft wie ein Rocky IV, als er gegen den Russen angetreten ist, gegen Jolf Lundgren, also so hart, genau, das war Rambo, das war Rambo, ja, auch natürlich großartige Filme, also würden wir jetzt zu tief gehen, wenn wir noch Rambo besprechen würden, Avatar, Rambo, Rocky, jetzt ehrlich, genau, das sind die ganz modernen, jungen Filme, die man, genau, Snoopy war auch noch, sucht das alles mal auf Netflix und auf Amazon Prime, genau, also du kannst von da, kannst du halt dann dir einen Kajak mieten und kannst auf diesem Fluss dann quasi Land einwärts, ich war da mit meinem Kumpel Jörg damals unterwegs, wir waren da so auf einem Kajak und es ist halt ein Traum, also Grüße an Jörg, der hatte die Idee dazu, du gehst dann, wenn du dann vom Strand wegkommst und du gehst dann quasi in diesen Dschungel rein, dieser Fluss, die Ufer sind mit Mangroven bewachsen und wir waren dann relativ schnell da auch ganz alleine unterwegs, tief im Dschungel drin und das waren im ersten Moment auch so Bilder, die man eher so aus Dukus aus Südamerika kennt, weißt du, so Amazonastrips, du bist ganz allein tausend Kilometer weg vom nächsten Dorf, aber das war wirklich, dieser Kajaktrip war einer der besten Tage, weil es ist dann, es ist dann doch, du kommst irgendwann so ein bisschen in den Flow rein und dann gibt es dann diese Flussbuchten, wo du auch mal Halt machen kannst, das ist Wahnsinn und ja, also diese Kajaktour ist toll und das Zweite, was ich eben schon mal getroppt habe, was super ist auf der Insel, sind einfach Wasserfälle. Mitten im Dschungel hast du halt Wasserfälle, also ich war da auch kurz nach der Regenzeit, da waren die besonders imposant, ich habe auch gelesen, also wenn man dann in der Trockenzeit ist, ist es manchmal auch so, als kommen da nur ein paar Tropfen, aber zur Regenzeit und rund um die Regenzeit sind diese Wasserfälle halt wirklich toll, da brasselt so richtig runter, mitten im Dschungel hast du so verschiedene Terrassen und Kaskaden und du kannst dort auch schwimmen gehen. Mein Lieblingswasserfall, es gibt so drei größere und einer, da ist es auch ein bisschen schwieriger hinzukommen, du fährst da am besten mit dem Moped hin, musst dann irgendwann absteigen, noch so ein bisschen laufen, ist der Huang Nam Kua, ich kann es nicht richtig aussprechen, Huang Nam Kua Wasserfall, und das ist einmal dieser Wasserfall, wo du halt wirklich mitten im Dschungel halt dann schwimmen gehen kannst, das ist wirklich toll und jetzt kommen wir zum großen Finale, Jochen, zum großen Kuckuck-Finale, es gibt in der Nähe von diesem Wasserfall, also wenn es, kurz bevor man dann wirklich so erst in den Dschungel rein muss, gibt es noch ein Restaurant und das ist im Grund, also Restaurant klingt jetzt so, es ist im Grund, es ist eine große Holzhütte und da ist ein Bauernhof hinten dran, so im Dschungel, es ist nicht so ein fancy Laden und einfaches Essen, da steht nicht draußen dran und das ist ja toll, wir haben eine deutsche Karte, das heißt, du bist wirklich irgendwie original bei Thais oder bei Khmer Thais, das konnte ich nicht so auseinanderhalten, aber ich habe da ein Partei gegessen, da fliegst du weg, Partei ist ja eh, finde ich, eines der wichtigsten Gerichte in Thailand, wer das 1a kann, der kann alles, das ist ja im Endeffekt so, in Deutschland würde man sagen, so ein arme Leute-Essen, es ist halt so ein, so ein Bratnudelgericht überhaupt, entweder mit Hühnchen oder Garnelen oder mit beidem, irgendwie so Reisnudeln, Tofu, rote Zwiebeln, bisschen Fischsoße, so süßer Rettich kommt da rein, Ei, Frühlingszwiebel, Sprossen, alles in die Pfanne, alles gemixt drüber, noch so geröstete Erdnusse drüber und dann ab dafür und das war schon super da in diesem Restaurant, als ich das gegessen habe, dachte ich, alles klar, die können das und dazu habe ich dann, ich habe es ja vorhin gespoilert, Papaya-Salat gegessen aus der Papaya, die hinten, hinter dieser Holzhütte im Garten gewachsen ist. Also das ist wirklich ein Tipp, wer auf Thai-Essen steht, probiert Papaya-Salat, auch wenn man das so nicht gewohnt ist und vor allem da war das halt echt der Hammer, weil das war halt ein Restaurant mit so einem Biogarten, du konntest da auch durchlaufen, also man dürfte da auch rein, also die haben gesagt, ja, ja, laufen Sie mal durch und du stehst halt vor, da wachsen halt Ananas, sowas, was du normalerweise nur von Märkten kennst oder bei uns aus dem Supermarkt wächst da halt einfach und das war toll. Die haben halt alles selbst angebaut da und dann halt verkocht und dementsprechend hat es halt geschmeckt. Alter. Es tut mir leid, Jochen, ich habe jetzt ein bisschen fertig gemacht. Ich finde es ein bisschen spät jetzt, dass es dir leid tut. Das ist einfach, das ist, nee, das ist echt scheiße. Also jetzt mal kurz, wir geben ja wenig Einblücke in die Magic, die hier so happen soll, aber es ist jetzt halb elf Uhr abends, Alter, ich mache mir gleich, ich hole mir gleich irgendwie Partei, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Es ist Ausgangssperre, Alter. Du holst dir überhaupt keine. Ja, Breaking the Law, Alter. Ich mache jetzt Judas Priestern und hole mir Partei. Wow, okay. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich lese jetzt schon Twitter, Polizei Köln. Wir haben da so einen langen Typ, der gesagt hat, der müsste unbedingt Partei sich holen gehen, sonst stirbt er. 250 Tacken. Vielen Dank. Wenn ihr jetzt gerade euch das Wasser im Mund zusammenfließt, wie bei Jochen, aber auch bei mir, ich quäle mich ja selbst damit, ein Tipp, wenn ihr auf Thai-Essen steht, als ich dieses Restaurant, von dem ich eben erzählt habe, nochmal recherchiert habe, weil ich hatte vergessen, wie es heißt. Es war, keine Ahnung, ich war vor ein paar Jahren da. Ich wusste jetzt nicht mal, wie dieses Restaurant hieß. Ich wusste nur noch Wasserfall. Das war ein Wasserfall. Es hat einen Garten. Und da habe ich das nochmal im Netz recherchiert. Und ich habe ja gesagt, der Wasserfall hieß Huang Nam Kyu und das Restaurant hieß einfacherweise auch Huang Nam Kyu, weil es halt da in der Nähe war. Das war jetzt nicht so groß. Aber ich bin drauf gekommen, ich bin nicht auf ein Video gestoßen. Das ist ja manchmal das Tolle, wenn man im Netz unterwegs ist, dass man mal Sachen entdeckt, die man, da wäre man nie drauf gestoßen. Ich bin auf eine Frau gestoßen, namens Maurina. Die hat auf YouTube, auf Instagram-Kanal, ganz viel über Thailand. Sie kocht mit ihrer Mutter, Thai essen. Ganz fantastisch. Es ist besonders lustig. Und wie es dazu verwillen, Maurina, die ist, habe ich dann gelesen, halb Thai, halb Deutsch. Die ist in Bangkok aufgewachsen, lebt jetzt aber in Köln und ihre Mutter lebt in der Pfalz, in der Südpfalz, da wo ich herkomme. In Freinsheim. Wer uns zuhört, in Freinsheim viele Grüße, ist so ein kleines, nettes Weindörfchen in der Pfalz. Und die Mischung ist der Hammer. Weil in den Videos ist Maurina zum Beispiel bei ihrer Mutter und du denkst so, die sind in Thailand in so einem Kräutergarten, aber dann zieht sie die Kamera auf und dann sind die halt in der Pfalz. Die hat halt in Freinsheim da so einen thailischen Kräutergarten angebaut und die kochen dann da. Also ich kenne Maurina nicht persönlich. Grüße von hier. Die Videos und Bilder haben großen Spaß gemacht. Heißt auf Insta Moriginal Thai Moriginal Thai findet ihr. Tun wir auch nochmal bei Instagram rein. Dicke Empfehlung und Grüße von uns. Also wenn das mit der Pandemie vorbei ist, müssen wir, Jochen, mit Maurina irgendwie mal einen Kochkurs machen. Vielleicht machen wir dann irgendwie dann endlich den Podcast über das Thai-Essen mit einem Profi. Mit einer Profi-Frau. Ich bin dabei, Alter. Das passt da perfekt. Ja, Maurina, wenn du das hörst, wir laden uns gerade bei dir ein. Also Moriginal Thai große Empfehlung. Das ist sehr, sehr lustig und die kocht toll. Also wenn ihr auf Thai-Essen steht, da gibt es natürlich viel im Netz, auch viel andere, aber die habe ich halt durch diese Recherche nach diesem Restaurant halt da kennengelernt. Zielgerade will ich jetzt, ich habe das ja vorhin, auf der Zielgerade stotter ich noch ein bisschen und ich habe das ja aber vorhin Piratennest genannt, Kokut. Oder er sagt, ich will mal einen Piratenfilm da machen. Das hat auch noch mit einem Highlight auf der Insel zu tun, neben dem Strand, neben den Wasserfällen, neben dem Dschungel. Es gibt da ein Fischerdorf. Das ist im Südosten der Insel und dieses Dorf, das steht tatsächlich so auf Stelzen. Also es ist nicht am Land, sondern es ist auf dem Wasser, am Strand. Bahn Yau Yai oder so. Ich habe es bestimmt falsch ausgesprochen. Das war perfekt. Danke. Und das ist so abgefahren, dieses Fischerdorf auf diesen Stelzen. Du kannst da rein, das sind halt wirklich diese Häuser und die sind verbunden mit diesen Holzstegen. Das ist wie so ein großes Labyrinth und du kannst da einfach rein. Und da schaukeln dann zwischen den Stegen und den Häusern so Fischerboote im Wasser. Da sitzen dann Männer und Frauen, die flicken Netze, leben da, gehen ihrer Arbeit nach und wenn du auf Fisch und Meeresfrüchte stehst, dann musst du da in dieses Dorf, weil es gibt dort auch ein, ja, so ein Restaurant, so halt Seafood, die holen das da raus und grillen es dir oder werfen es in Bock. Ich bin gar nicht so ein großer Fischfreund oder Meeresfrüchtefreund. Ich esse das selten, aber das war so lecker zubereitet und so frisch. Also da müsst ihr hin, weil es sieht nach Piraten-Nest aus, wie im Klischee. Es ist aber ganz entspannt dort, die Leute sind nett, winken dich zu, du kannst überall durch. Das ist so für mich die Krönung von Kokut. Ist ein bisschen ab, da gibt es keine Party. Wer Party will, muss nach Kojang. Das ist nur eine Insel, die ist auch da in der Ecke. Auch schön da, aber wer es ruhig will und wer paradiesische Zustände haben möchte und dieses Essen, dem kann ich nur Kokut empfehlen. eine meiner Lieblingsinseln in Thailand. Wow, cool. Also echt wundervoll. Eine Mischung aus so ein bisschen Schmerz wegen Fernweh, aber auch Freude. Also krass, da will ich jetzt hin. Nee, hat glaube ich ganz gut funktioniert, dieses Experiment, was wir in der Folge hier so hatten. Einfach so ein paar Beispielsituationen zu nennen und Orte und wir haben das Land vielleicht so ein bisschen recht gut umrissen. Ich zumindest bin reif. Also ich würde da jetzt heute nach, also nach meinem Partei, das ich während der Ausgangssperre mir erschlichen habe, setze mir jetzt einfach einen Zuch und Vater runter und cool. Ja, das ist ja so dieses Süß-Sauro, was man halt im Moment so hat, dass man irgendwie nicht weiß, soll ich mir das Fernweh jetzt antun, aber ich habe es ja trotzdem. Aber ich finde immer unsere Ausflüge im Kopf, dieses Kopfgehen und ich hoffe, euch geht es genauso. Für uns ist das ja auch so wie so ein bisschen Therapie. Wenn wir das aufnehmen, sind wir auch irgendwie irgendwie weg und das macht Spaß und wir hoffen halt auch, dass wir das so ein bisschen rüberbringen und euch da auch ein bisschen durch die Zeit helfen, die ja immer noch ermüdend ist. Wenn ihr das jetzt hört, irgendwie 2022, ist das alles vorbei, dann freut euch, denkt nochmal zwei Sekunden zurück an diese komische Zeit und wenn ihr könnt, dann ab nach Thailand und vielleicht, wenn ihr das hört, kann man schon mit dem Zug hinfahren. Also das habe ich vor allem auf dem Schirm. Die Möglichkeit gab es, da haben wir auch schon mal drüber nachgedacht, Jochen und ich, da was draus zu machen, dann kam die Pandemie. Aber wir haben das auf dem Schirm, weil man kann natürlich für die Zukunft auch nachhaltig irgendwie denken und mit ein bisschen mehr Zeit Thailand auch noch anders erreichen und erleben. Das dann aber ein anderes Mal. Das war erstmal unsere Traumland-Thailand-Folge. Wir haben noch eine Sache, die wir euch mit auf den Weg geben wollen und zwar unsere Kollegen und Kolleginnen von Geosaison haben ein neues Heft draußen und da sind wir drin, da ist eine Geschichte von Jochen drin, auch aus Asien, aber ein bisschen weiter als Thailand und zwar es geht um Japan, wie Jochen in Japan in einem Hotel nach einem Löffel gefragt hat. Das klingt jetzt total banal, aber diese Geschichte ist so lustig und wieder so verrückt und zeigt wieder und das ist ja das Schöne, dass andere Kulturen, andere Menschen einfach anders denken und das muss nicht besser oder nicht schlechter sein, es ist nur anders und wenn diese Kulturen zusammen clashen, kann das manchmal einfach sehr lustig sein und auch sehr erhellend und die Geschichte von Jochen in der neuen Geosaison im Juniheft 2021 ist einfach sehr, sehr lustig, mehr möchte ich gar nicht spoilern. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, liebe Kolleginnen von der Geosaison, das ist eines der schönsten Geosaisonhefte ever, die alle anderen auch toll, aber das hat mir sehr gefallen, es geht um Clamping und es hat viel mit dem Sommer 2021 zu tun, ganz viel tolle Tipps für Deutschland, für Europa, es sind tolle Bilder drin, es gibt so eine Strecke mit Burgen und Schlösser Deutschlands, da schlägst du das Bild auf und sagst, ich will da hin, ich will zu, aber nein, ich will doch zu Derburg fahren, nein, ich will Pfalz-Grafenstein, nein, ich will zu den Hohlenzollern, ach, Neuschwanstein ist gar nicht so aufregend, es gibt ja noch tausend andere Sachen, es gibt tolle Routen, es gibt tolle Roadtrips durch Deutschland, auf einen will ich im Sommer auch gehen und zwar so ein bisschen in Süddeutschland unterwegs sein, Baden-Württemberg, Bayern, hat mich sehr inspiriert und können wir euch nur empfehlen, nicht nur, weil wir drin sind, sondern weil tolle Geschichten und tolle Bilder da sind und dieses Clamping, also weißt du, was Clamping ist, Jochen? Ja, glamouröses Camping, denke ich mal. Genau, sehr gut, du bist informiert, du solltest was mit Reise machen, vielleicht überlegst du mal, was mit dem Podcasting oder so zu machen, aber wahrscheinlich finden sie, das ist eine doofe Idee. Ja, Podcast macht ja jeder. Ja, das hatten wir ja schon mal vor drei, vier Jahren. Du hast dich aber nicht durchgesetzt, das war ja zum Glück, deshalb sind wir hier. Genau, es geht um Clamping, ist ein großes Thema, können wir euch nur empfehlen, die neue Geosaison Juni 2021. Danke Menschen fürs Zuhören, danke Michi fürs Erzählen, weil, wie gesagt, schön und schrecklich, Fernweh galor, aber ich will das nicht anders, ich war jetzt einfach eineinhalb Stunden oder eine Stunde oder was, das war einfach nicht hier, meine Realität könnte auch noch schlimmer sein, aber es ist einfach schön, mal woanders zu sein und das ist dieses Mal, kann ich zumindest von mir behaupten, definitiv eingetreten, ich bin dankbar für die letzten 60 bis was auch immer Minuten und Ich glaube eher 90, ja. Ja, aufhören können wir nicht so gut, aber gut, man hat halt immer so viel zu sagen und danke, dass ihr das mit uns aushaltet da draußen und checkt unsere Kanäle, wir posten so ein paar Fotos und ein paar Videos von unseren Reisen, nach Thailand noch ein paar weitere Tipps, verschriftlichen was, auf dem Blog findet ihr noch die wichtigsten Facts zusammengefasst und auf YouTube noch ein paar Videos von uns, auch Live-Auftritte und so, also wirklich gefilmt und auch alle unsere Folgen zum Hören und danke für alles, ich sage vielen Dank und übergebt noch kurz an Michi und wünsche einen schönen Tag, gute Nacht, was auch immer ihr gerade macht und welche Tageszeit ist, bis bald. Hier wird sich jetzt nicht mehr übergeben, jetzt ist Ruhe im Karton. Danke euch und ja, gebt uns gerne Feedback, schenkt uns gerne Sterne bei iTunes, abonniert uns bei Spotify und empfehlt uns gerne wärmstens weiter. Das freut uns. Vielen Dank, euch alles Gute. Reisenreisen Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz mit Jochen Schliemann 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 mit Jochen Schliemann